Siebentes Kapitel, Ausschnitt aus dem Daily Graph vom 8. August, in Minas Tagebuch geklebt, von einem Korrespondenten. Eines der schwersten und plötzlichsten Unwetter, deren sich Whitby erinnern kann, hat gestern hier gewütet, und zwar unter seltsamen, einzigartigen Begleitumständen. Das Wetter war etwas schwül, aber keineswegs anders, als man es im August erwarten kann. Samstagabend war es so schön wie je, und der größte Teil der Sonntagsausflügler besuchte gestern Mulgrave Woods, Robin Hoods Bay, Rick Mill, Rumswick Stathes und die anderen zahlreichen Erholungsplätze in der Umgebung Whitbys. Die Dampfer Emma und Scarborough vermittelten den Verkehr der Küste entlang, und es war ein ungewöhnlicher Andrang von Ausflüglern. Der Tag war besonders schön, bis nachmittags einige der Spaziergänger, die den Kirchhof der Ostklippe zu Besuchen pflegen, von dessen mächtiger Höhe aus man einen weiten, prächtigen Rundblick nach Norden und Osten über die See hin genießt, die Aufmerksamkeit auf eine plötzlich hoch am nordwestlichen Himmel auftauchende Sturmwolke lenkten. Der Wind blies sanft aus Südwest, in der Sprache der Meteorologen würde man ihn als Nummer zwei leichte Brise bezeichnen. Der diensttunende Küstenwart machte sofort Meldung, und ein alter Fischer, der seit mehr als einem halben Jahrhundert von der Ostklippe aus auf die Wetterzeichen zu achten hat, sagte in bestimmter Weise einen schweren Sturm voraus. Der Sonnenuntergang war so prächtig, so grandios in der Fülle reich gefärbter Wolken, dass sich eine große Menge Menschen in dem alten Friedhof auf der Klippe versammelte, um die Schönheit zu bewundern. Ehe die Sonne hinter den schwarzen Massen von Kettelnäß versank, das sich scharf vom westlichen Himmel abhob, war ihr Weg von tausenden von Wolken jeder Farbe, feuerrot, purpur, rosa, grün, violett und allerlei goldigen Tinten direkt übersät. Dazwischen schmale Streifen von vollkommener Schwärze, die sich in verschiedenen Formen wie ungeheure Silhouetten ausnahmen. Diese seltene Farbenpracht haben jedenfalls die Maler nicht unbenützt vorübergehen lassen, und so werden nächsten Mai mehrere Bilder vor dem Sturm die Wände der R.I. und der R.A. schmücken. Mehr als ein Kapitän wird sich wohl entschlossen haben, sein Kobbel oder Mule, wie man dort die verschiedenen Arten von Fahrzeugen bezeichnet, im Hafen das Ende des Sturmes abwarten zu lassen. Der Wind flaute gegen Abend immer mehr ab, und um Mitternacht war es totenstill. Eine drückende Schwüle und jene vorausnehmende Spannung, die beim Herannahen eines Gewitters sensitive Personen ergreift, lag über allem. Nur wenige Lichter waren noch auf See zu bemerken, denn sogar die Küstendampfer, die sonst dicht am Ufer entlangfahren, hielten sich heute bedächtig seewärts, und nur einzelne Fischerboote waren in Sicht. Das einzige bemerkenswerte Schiff war ein fremder Schoner, der, alle Segel gesetzt, augenscheinlich westwärts ging. Die Ungeschicklichkeit oder Unwissenheit der Offiziere war ein fruchtbares Thema für die Zuschauer, solange das Schiff in Seeweite war. Man bemühte sich sogar, ihm zu signalisieren, dass es angesichts der drohenden Gefahr weniger Segel setzen sollte. Ehe die Nacht noch völlig hereingebrochen war, sah man es mit schlappen Segeln draußen sich graziös auf den Wellen wiegen. So faul wie ein gemaltes Schiff auf den gemalten Wogen. Kurz vor zehn Uhr wurde die Stille der Luft geradezu beängstigend, und das Schweigen war so tief, dass man das Blöken eines Schafes oder das Bellen eines Hundes aus der Stadt herüber deutlich vernehmen konnte. Die Musikkapelle auf dem Pier mit ihren lieblichen französischen Weisen war förmlich ein Misston in der großen Harmonie der schweigenden Natur. Kurz nach Mitternacht fuhr ein scharfer Laut über die See, und hoch in den Lüften begann ein seltsames, schwaches, hohles Brausen. Dann, ohne besondere Anzeichen, brach der Sturm los. Mit einer Schnelligkeit, die zu dieser Zeit wirklich unerhört war, und selbst nachträglich ist es schwer zu schildern, wie das ganze Aussehen der Natur sich auf einmal veränderte. Die Wogen erhoben sich in wachsender Wut, jede über ihre Vorgängerin hinwegstürzend, sodass in wenigen Minuten die bisher spiegelglatte See in ein tosendes, allverschlingendes Ungeheuer verwandelt war. Weißgekrönte Wellen schlugen wie toll über die flachen Sandbänke und leckten an den steilen Klippen hinauf. Andere brachen über den Damm, und ihre Gischt fegte über die Lichter der Leuchttürme, die an den Enden der beiden Piers des Hafen von Whitby auffragen. Der Wind brüllte wie Donner und blies mit solcher Gewalt, dass selbst starke Männer sich kaum auf den Füßen zu halten vermochten und fuhr mit grimmigen Klatschen durch die eisernen Gitter. Man musste den ganzen Pier von der Masse der Zuschauer räumen, da sich sonst die Unfälle dieser Nacht bis ins Ungeheure vermehrt hätten. Die Schwierigkeiten und Gefahren wurden dadurch noch erhöht, dass Massen von Meeresnebeln landeinwärts fegten. Weiße, feuchte Wolken, die wie Gespenster vorbeihuschten, so nass und dumpf und kalt, dass man sich leicht einbilden konnte, die Geister derer, die draußen auf der See ihr Grab gefunden, berührten ihre lebenden Brüder mit ihren kalten, klebrigen, toten Händen. So mancher mochte wohl schaudern, wenn die weißen Nebelfetzen an ihm vorbeistrichen. Zeitweilig klärten sich die Nebel, und man sah das Meer im Scheine der Blitze, die unausgesetzt die Wolken durchfurchten, gefolgt von solch furchtbaren Donnerschlägen, dass der ganze Himmel über uns unter den schweren Fußtritten des Sturmes zu erzittern schien. Die ganze Szene war von unsagbarer Schönheit und hinreißendem Interesse. Die Seeberge hoch aufgetürmt warf mit jeder Woge massenweißer Gischt gegen den Himmel, die der Sturm zerstäubte und im Kreise herumwirbelte. Da und dort ein Fischerboot mit zerfetztem Segel, vor dem Winde mit wahnsinniger Eile dahinschießend, um sich vor dem Unwetter zu retten. Da und dort die weißen Schwingen vom Sturm herumgeworfener Seevögel. Auf der Spitze der Ostklippe stand der neue Scheinwerfer aktionsbereit, war aber bis jetzt noch nie erprobt worden. Die mit seiner Handhabung betrauten Beamten gaben Befehl, ihn in Tätigkeit zu setzen, und durch die Lücken der dahinstürmenden Nebel huschte sein klarer Strahl über die Oberfläche der wilderregten See. Einige Male hatte er eine gute Wirkung, wenn ein Fischerboot, über dessen Bordwände die Wogen schlugen, in den Hafen schoss und geleitet von dem glänzenden Lichte imstande war, der Gefahr des Zerschellens an den Piers auszuweichen. Als alle Boote den sicheren Hafen erreicht hatten, klang ein Freudenschrei durch die Menge am Ufer, ein Schrei, der für einen Augenblick dem Sturm Einhalt zu gebieten und dann in seinem Brausen sich aufzulösen schien. Schon lange hatte der Scheinwerfer auf einige Entfernung einen Schoner mit vollen Segeln entdeckt, offenbar dasselbe Schiff, das schon vorher am Abend gesichtet worden war. Der Wind hatte sich unterdessen nach Osten gedreht und ein Schaudern bemächtigte sich der Zuschauer, als sie erkannten, in welcher Gefahr das Schiff jetzt schwebte. Zwischen ihm und dem Hafen lag nun das lange flache Riff, auf dem von Zeit zu Zeit manch gutes Schiff sein Ende fand. Bei der Richtung, aus der der Wind jetzt blies, schien es undenkbar, dass der Schoner den Hafen erreichen könnte. Es war die Zeit der höchsten Flut, aber die Wogen hatten eine derartige Größe, dass in den Wellentälern der Sand des Ufers sichtbar wurde. Der Schoner flog mit solcher Hass dahin, dass er nach den Worten eines alten Seemanns irgendwo hinlaufen musste und sei es in den Schlund der Hölle. Dann kam wieder neuer Nebel vom Meere herein, dichter als bisher. Dumpfe Schwaden, die sich wie in ein graues Leichentuch auf alles legten und den Menschen am Ufer nur mehr das Gehör ließen, denn das Brüllen des Sturmwindes, das Krachen des Donners und das Heulen der mächtigen Wogen klang durch die Finsternis lauter als je zuvor. Die Strahlen des Scheinwerfers waren über den Ostpier weg, starr auf die Hafenmündung gerichtet, wo man das Auflaufen des Schiffes erwartete und alles starrte atemlos hinaus. Plötzlich drehte der Wind sich nach Nordost und die Nebelfetzen flötterten durch den Lichtkegel und dann Mirabile Dictu schoss zwischen den Piers in rasender Eile von Woge zu Woge der fremde Schoner mit vollen Segeln vor dem Wind in den sicheren Hafen. Der Scheinwerfer folgte mit seinem Licht und ein Schauer durchrieselte alle. Am Steuer war ein Leichnam angebunden, der mit gesenktem Haupte bei jeder Bewegung des Schiffes hin und her geschwenkt wurde. Keine andere Gestalt war an Deck sichtbar. Ein grausiges Entsetzen kam über alle, als man sich klar wurde, dass das Schiff wie durch ein Wunder nur gesteuert von der Hand eines toten Mannes den Hafen erreicht hatte. Jedenfalls ging alles rascher vor sich, als es sich schildern lässt. Der Schoner hielt nicht an, sondern flog quer durch den Hafen und fuhr auf einen Haufen Sand und Kies auf, den die Gezeiten und so mancher Sturm in der Südwestecke des Hafens angespült hatten und der die Lokalbezeichnung Tate Hill Pier führte. Es war jedenfalls eine ungeheure Erschütterung, als der Schoner auf die Sandbank auflief. Jede Spiere, jedes Tau und jedes Stag war angespannt und krachend kamen einzelne Stängen durch das Tauwerk herunter. Das Seltsamste war, dass in dem Augenblick, als das Auflaufen erfolgte, ein großer Hund wie erschreckt durch den Stoß auf Deck kam und vorwärts rennend vom Bug auf den Sand sprang. Er lief direkt auf die steilen Klippen zu, wo der Kirchhof über dem Fußweg zum Pier so schroff abfällt, dass einige der Grabsteine, der Volksmund nennt sie dort Throw Stones oder Thruff Steens, über den abgestürzten Klippenrand vorragen und verschwand im Dunkel, dass den vom grellen Licht des Scheinwerfers geblendeten Augen noch schwer zu erschienen. Es befand sich im Augenblick niemand auf Tate Hill Pier, da alle in der Nähe davon Wohnenden entweder sich schon zur Ruhe begeben hatten oder als Zuschauer draußen auf den Höhen waren. So war der auf der Ostseite des Hafens dienstturende Küstenwart, der in höchster Eile dem kleinen Pier zustrebte, der Erste, der an Bord des Wracks ging. Die Leute am Scheinwerfer drehten, als sie die Hafenmündung nochmals abgesucht hatten, ohne etwas zu entdecken, das Licht auf das Wrack und hielten es dort fest. Der Küstenwart kletterte also hinauf und als er an das Steuerrad kam, beugte er sich vor, um es genau zu untersuchen. Da prallte er zurück, wie unter dem Eindruck eines plötzlichen Schreckens. Dies schien die allgemeine Neugier anzufachen und der ganze Menschenschwarm begann zu laufen. Es ist ein schönes Stück Weges von der Westklippe an der Zugbrücke vorbei zum Tate Hill Pier, aber ihr Korrespondent ist ein ziemlich guter Läufer und so gelang es ihm denn, als erster von allen, den Schauplatz der Katastrophe zu erreichen. Als ich ankam, fand ich zwar schon eine Anzahl Menschen auf dem Pier versammelt, die der Küstenwart und mehrere Polizisten daran hinderten, an Bord zu gehen. Durch die Liebenswürdigkeit des ersten Bootsmannes erhielt ich als ihr Korrespondent die Erlaubnis, das Deck zu betreten. So war es nun eine kleine Gruppe, der es vergönnt war, den toten Seemann, der wirklich ans Steuer gebunden war, aus der Nähe zu sehen. Es war kein Wunder, dass der Küstenwart überrascht, vielmehr entsetzt war, denn wohl nicht oft im Leben wird einem solch ein Anblick zuteil. Der Mann war mit den Händen, eine über der anderen, an einer Speiche des Rades festgebunden. Zwischen den Handflächen und dem Holze war ein Kruzifix eingeklemmt. Die Kette des Rosenkranzes, an der es befestigt war, wand sich um die Knöchel und die Radspeiche, und alles wurde festgehalten durch die bindenden Schnüre. Der arme Kerl mag wohl einige Zeit gesessen haben, aber das Flattern und Schlagen der Segel hat das Steuerrad so hin und her geworfen und ihn mitgezogen, dass die Schnüre, mit denen er gefesselt war, das Fleisch bis auf die Knochen durchschnitten. Es wurde der Sachverhalt genau festgestellt und ein Arzt, der unmittelbar hinter mir gekommen, Herr Dr. J. M. Keffen, East Elliott Place, 33, konstatierte, als er den Mann untersucht hatte, dass er schon mindestens zwei Tage tot sein musste. In seiner Tasche befand sich eine Flasche, die sorgfältig verkorkt, aber leer war, bis auf eine kleine Papierrolle. Wie sich dann herausstellte, war es eine Ergänzung zum Logbuch. Der Küstenwart erklärte, der Mann müsse seine Hände selbst festgebunden und dann mit den Zähnen die Schnüre angezogen haben. Die Tatsache, dass ein Küstenwart der Erste an Bord war, wird später die Verhandlung vor dem Seegericht vereinfachen. Ein Küstenwart kann kein Bergegeld beanspruchen, wie der Privatmann, der als Erster ein Wrack betritt. Trotzdem rührten sich schon die juristischen Zungen und ein junger Rechtsstudent beteuerte laut, dass die Rechte des Schiffseigeners unrettbar verloren seien, da in diesem Falle das Gesetz über die tote Hand in Kraft trete. Denn ohne Zweifel sei das Steuerrad das Symbol der Herrschaft über das Schiff von der Hand eines toten Mannes geführt worden. Es ist wohl unnötig, besonders zu betonen, dass der tote Steuermann mit aller Rücksicht von dem Platze getragen wurde, wo er in Ehren seine Wacht getreu bis in den Tod gehalten hatte. Eine Standhaftigkeit so edel wie die des jungen Casablanca und im Leichenhause bis zum Eintreffen der Gerichtskommission aufbewahrt wurde. Schon ist der furchtbare Sturm vorüber und seine Wildheit beginnt sich zu legen. Die Menge zerstreut sich heimwärts und der Himmel rötet sich über den Wäldern von Yorkshire. Ich werde rechtzeitig für die nächste Ausgabe weitere Details über das Wrack schicken, das im schrecklichsten Sturm auf so wunderbare Weise den Weg in den Hafen fand. Whitby 9. August Die Begleitumstände beim Einlaufen des Wracks im Sturme der letzten Nacht sind fast noch merkwürdiger als die Tatsache selbst. Es wurde bekannt, dass der Schoner ein Russe aus Varna, die Demeter, ist. Er lief fast ganz mit Ballast von Silbersand, mit nur geringer Ladung, eine Anzahl großer Kisten mit Erde. Die Ladung war adressiert an einen Agenten in Whitby, Herrn S. F. Billigton, the Crestant Nummer 7, der heute Morgen an Bord ging und offiziell von den für ihn bestimmten Gütern Besitz ergriff. Der russische Konsul ergriff aufgrund der Charterpartie formell Besitz von dem Schiff und zahlte alle Hafengefälle etc. Man spricht heute über nichts anderes als die seltsamen Ereignisse. Die Beamten der Seebehörde sehen mit aller Strenge darauf, dass alle Geschäfte in Übereinstimmung mit den bestehenden Verordnungen sich abwickeln. Trotzdem die Verhältnisse äußerst kompliziert liegen, sind sie doch bemüht, alles so zu regeln, dass nicht etwa später ein Grund zur Reklamation gegeben ist. Ein großer Teil des allgemeinen Interesses war auch auf den Hund gerichtet, der an Land gedrungen war, als das Schiff strandete. Und nicht wenige der Mitglieder des Tierschutzvereins, der in Whitby sehr streng ist, hatten versucht, des Tieres habhaft zu werden. Die allgemeine Enttäuschung war groß, als all diese Versuche fehlschlugen. Es scheint überhaupt ganz aus der Stadt verschwunden zu sein. Es kann sein, dass es in seinem Schrecken in die Moore lief, wo es vielleicht noch heute furchterfüllt umherirrt. Einige sehen in dieser Möglichkeit mit Sorge eine Gefahr für sich selbst, denn ohne Zweifel ist es eine wilde Bestie. Heute in aller Frühe fand man einen großen Hund, einen Mastiff-Bastard, der einem Kohlehändler in nächster Nähe des Tate Hill Pears gehörte, tot auf der Straße gegenüber dem Hause seines Herrn. Er hatte gerauft, und zwar, wie es schien, mit einem sehr bösartigen Gegner, denn seine Kehle war durchgebissen und sein Leib aufgeschlitzt, wie von der Kralle eines Raubtieres. Später Durch die Gefälligkeit des Handelsinspektors erhielt ich die Erlaubnis, das Logbuch der Demeter durchzusehen. Es war in Ordnung, bis auf die letzten drei Tage, enthielt aber nichts von besonderem Interesse als die Berichte über den Verlust an Mannschaften. Von größerem Interesse ist das in der Flasche gefundene Papier, das heute bei der Verhandlung verlesen wurde. Noch nie war es mir beschieden, einen seltsameren Bericht zu hören. Da kein Grund vorliegt, die Sache zu verheimlichen, so wurde mir gestattet, einen Auszug zu machen. Ich sende Ihnen meine Abschrift, welches alles außer lediglich einigem technischen Detail über Navigation und Landung enthält. Es scheint fast, als sei der Kapitän, ehe er in See ging, von einer Art Wahnsinn befallen worden, der sich dann während der Fahrt noch steigerte. Jedenfalls bitte ich, meinen Bericht mit allem Vorbehalt aufzunehmen, da ich nach dem Diktat eines Sekretärs des russischen Konsuls schreibe, der die Güte hatte, mir in Anbetracht der Kürze der Zeit das Schriftstück zu übersetzen. Logbuch der Demeter von Warner nach Whitby Begonnen den 18. Juli Die seltsamen Dinge, die sich ereigneten, zwingen mich, von jetzt ab bis zur Landung genaue Notizen zu machen. Am 6. Juli beendigten wir die Einnahme der Ladung, Silbersand und Kisten mit Erde. Mittags setzten wir Segel, Ostwind frisch. Die Besatzung bestand aus fünf Männern, zwei Maten, einem Koch und mir selbst, Kapitän. Am 11. Juli in der Morgendämmerung Einfahrt in den Bosporus. Revision durch türkische Zollbeamte, Bakshish, alles in Ordnung. 4 Uhr nachmittags Weiterfahrt. 12. Juli Dardanellen Noch mehr Zollbeamte und das Flaggschiff der Bewachungsflotte Wieder Bakshish Revision von oben bis unten aber rasch erledigt Wir wollen bald fort Bei Dunkelheit in den Archipel eingelaufen Am 13. Juli Kap Matapan passiert Mannschaft über irgendetwas ungehalten Schein erbittert wollen aber nicht sprechen Am 14. Juli Mannschaft scheint ärgerlich Alles kräftige Kerle die schon früher mit mir gefahren waren Der Mat konnte nicht herausbringen was los war Sie sagten es sei etwas und bekreuzigten sich Der Mat verlor mit einem von ihnen die Geduld und schlug ihn Er wartete heftigen Tumult aber alles war ruhig Am 15. Juli Früh meldete der Mat dass eine der Leute namens Petrovski fehle konnte es mir nicht erklären nahm Backbordwache acht Glas letzte Nacht wurde durch Abramow abgelöst ging aber nicht zu Bett Mannschaft noch niedergeschlagener Alle sagten alle sagten sie erwarteten etwas Besonderes wollen aber nicht mehr sagen als dass etwas an Bord sei Der Mat wurde sehr heftig mit ihnen befürchtete eine Meuterei Am 17. Juli gestern kam einer der Leute Olgaren zu mir in die Kajüte und vertraute mir völlig verstört an dass er meine es befinde sich ein fremder Mann an Bord er erzähle mir dass er als Wachhabender sich hinter dem Deckhäuschen von einer Regenböe geschützt aufgestellt und einen großen hageren Mann gesehen habe der keinem von der ganzen Besatzung glich er ging die Mannschaftsstiege herauf ging auf Deck gegen den Bug zu und verschwand er folgte ihm vorsichtig doch als er an den Bug kam fand er niemand und die Luken waren alle geschlossen er war vor abergläubischer Furcht fast wahnsinnig ich bin in Sorge es könnte eine Panik entstehen um dies zu verhindern werde ich heute das ganze Schiff von vorne bis hinten sorgfältig durchsuchen lassen später am Tage nahm ich mir sämtliche Leute zusammen und sagte ihnen dass ich weil sie glaubten es sei etwas Fremdes an Bord das ganze Schiff bis ins kleinste Winkelchen durchsuchen lassen wolle der erste Mat war ärgerlich und sagte das wäre Unsinn solch dummen Ideen nachzugeben heiße die Mannschaft demoralisieren er meinte er wolle sich verpflichten mit einem Hebebaum ihnen ihre Ängste auszutreiben ich beauftragte ihn mit der Führung des Ruders während die übrigen weit vorgebeugt mit Lampen in den Händen zu suchen begannen kein Winkel blieb undurchforscht es waren nur die großen Holzkisten nirgends aber ein versteckter Winkel wo sich ein Mensch hätte verborgen halten können die Leute atmeten ordentlich auf als die Suche vorüber war und gingen mit neuem Mut an ihre Arbeit der erste Mat grollte sagte aber nichts 24. Juli es liegt ein Fluch auf dem Schiff schon ein Mann weniger nun ein Fahrt in den Golf von Biscaya bei furchtbarem Unwetter und schließlich heute Nacht wieder ein Mann verloren verschwunden wie der erste kam er von Wache ab und ward nicht mehr gesehen die Leute in voller Furcht und Panik sandten eine Bittschrift zu zweien die Wachen beziehen zu dürfen da sie allein sich fürchteten der Mat war wütend ich befürchte es gibt irgendeinen Skandal denn entweder er oder die Mannschaft verüben eine Gewalttat 28. Juli vier Tage in der Hölle herumgeworfen in einer Art Malmstrom und der Wind ein Sturm kein Schlaf für uns die Leute alle erschöpft weiß kaum wie ich Wachen noch geben soll da keiner bereit ist eine solche zu beziehen der zweite Mat erbot sich freiwillig zu steuern und zu wachen um die Leute ein paar Stunden Ruhe genießen zu lassen der Wind lässt nach die See ist zwar noch aufgeregt aber man fühlt dass sie stiller wird das Schiff läuft ruhiger 29. Juli wieder eine Tragödie ich hatte die Nacht über Einzelwachen aufgestellt da die Mannschaft zu müde war sie zu verdoppeln als die Morgenwache an Deck kam fand sie niemand außer dem Steuermann sie stieß einen Schrei aus und alles rannte an Bord alles durchsucht nichts gefunden sind nun ohne zweiten Mat und die Mannschaft in voller Panik der Mat und ich kamen überein von nun an bewaffnet zu gehen und auf alle Anzeichen zu achten 30. Juli letzte Nacht wir freuen uns in der Nähe England zu sein schönes Wetter alle Segel gesetzt zog mich völlig erschöpft zurück fiel in tiefen Schlaf wurde aufgeweckt durch den Maten der mir meldete dass sowohl wach wie Steuermann fehlten nur ich der Mat und zwei Mann sind noch zur Bedienung des Schiffes übrig 1. August zwei Tage Nebel keine Segel gesichtet hatte gehofft im englischen Kanal ein Notsignal abgeben oder irgendwo anlaufen zu können kann die Segel nicht treffen muss also vor dem Wind laufen ich hätte ja nicht die Leute um sie widersetzen zu können ich habe das Gefühl als trieben wir einem grässlichen Unglück entgegen der Mat ist nun mehr entmutigt als die anderen die Leute sind über die Furcht hinaus arbeiten wacker und geduldig und sind auf das Schlimmste gefasst sie sind Russen eher Rumäne 2. August Mitternacht hatte einige Minuten geschlafen er wachte durch einen Schrei direkt vor meiner Türe ich konnte von Nebel nichts sehen rannte an Deck und stieß dort mit dem Mat zusammen er sagte mir dass er auf den Schrei sofort herbeigelaufen sei dass er aber keine Spur von dem Wachhabenden gefunden habe wieder einer dahin Gott helfe uns der Mat behauptete wir hätten die Enge von Dover schon passiert er habe durch eine Lücke im Nebel das North Foreland erkannt als eben der Schrei des Mannes ertönte wenn es wirklich so ist befinden wir uns in der Nordsee nur Gott kann uns in dem Nebel geleiten der mit uns zu gehen scheint aber Gott hat uns verlassen 3. August Mitternachts ging ich um den Mann am Steuer abzulösen als ich aber dorthin kam fand ich niemand vor der Wind war gleichmäßiger und da wir mit ihm segelten ging das Schiff sehr ruhig ich durfte das Steuer nicht unbedient lassen und rief deshalb nach dem Mat nach einigen Augenblicken kam er in seinen Flanellkleidern an Bord gerannt er sah wild und verstört aus und ich fürchte dass sein Verstand Schaden gelitten hat er trat dicht an mich heran und wisperte mir voll entsetzen ins Ohr als habe er Angst die Luft könnte es vernehmen es ist hier nun weiß ich es auf wache letzte Nacht sah ich es so groß wie ein Menschen mager und totenbleich es stand im Bug und sah hinaus ich schlich mich hinter das Gespenst und stach mit meinem Messer nach ihm aber das Messer ging durch wie durch Luft wie er so sprach nahm er sein Messer und fuchtelte wild damit herum dann fuhr er fort aber es ist hier und ich werde es finden es ist im Schiffsraum vielleicht in einer der Kisten ich will sie aufmachen eine nach der anderen und nachsehen sie bedienen einst weilend das Steuer und mit einem warnenden Blick den Finger an den Lippen ging er hinunter indessen hatte sich ein Stoß weiser Wind erhoben und ich durfte das Ruder nicht verlassen ich sah ihn wieder an Deck kommen mit einer Werkzeugkiste und einer Laterne und dann die vordere Stiege hinuntersteigen er ist toll verrückt vollkommen wahnsinnig und ein Versuch ihn aufzuhalten wäre jedenfalls umsonst den großen Kisten kann er nichts anhaben die sind als Erde deklariert und sie etwas herumzustoßen ist das unschädlichste Ding der Welt so stehe ich hier achte auf das Steuer und schreibe meine Notizen ich kann nichts tun als auf Gott vertrauen und warten bis der Nebel sich aufklärt dann wenn ich mit dem herrschenden Winde keinen Hafen anlaufen kann werde ich die Segeltower kappen still liegen und um Hilfe signalisieren nun ist bald alles vorbei gerade wiegte ich mich in der Hoffnung dass der Mard etwas beruhigter wiederkommen werde ich hörte ihn unten im Schiffsraum klopfen diese Arbeit ist gut für ihn da kam die Luke herauf plötzlich ein furchtbarer Schrei der mir das Blut gerinnen ließ und dann rannte er an Deck wie aus der Kanone geschossen ein rasender tobsüchtiger mit rollenden Augen und verzerrtem Anlitz retten sie mich retten sie mich schrie er und starrte um sich in das Nebelgrau seine Entsetzen verwandelte sich in Hoffnungslosigkeit und mit tonloser Stimme sagte er es wäre besser Kapitän sie kämen mit mir ehe es zu spät ist er ist da und ich weiß nun das Geheimnis die See wird mich vor ihm retten und ich bin von allem befreit ehe ich ein Wort erwidern oder auf ihn zutreten konnte um ihn zu halten war er auf die Reling gesprungen und warf sich kurz entschlossen in die See ich glaube ich kenne nun auch sein Geheimnis er war der Wahnsinnige der die Leute einen nach dem anderen verschwinden machte und ihnen gefolgt ist Gott helfe ihm wie soll ich all das verantworten all diese Gräuel wenn ich in den Hafen komme wenn ich in den Hafen komme wird das wohl noch der Fall sein 4. August immer noch Nebel den der Sonnenaufgang nicht durchdrängt ich weiß dass jetzt gerade die Sonne aufgeht denn ich bin Seemann erkennen kann ich es nicht ich durfte nicht hinunter gehen durfte das Steuern nicht verlassen so stand ich hier die ganze Nacht und in der Finsternis sah ich ihn es Gott verzeihe mir die groben Sünden aber der Mat tat recht daran über Bord zu gehen es ist besser als Mann zu sterben als Seemann den Tod in den blauen Fluten zu suchen kann einem nicht verübelt werden aber ich bin Kapitän und darf mein Schiff nicht verlassen ich will den Feind das Ungeheuer bekämpfen denn ich werde meine Hände an das Ruder binden wenn meine Kräfte zu schwinden beginnen und etwas darum winden dass er es nicht berühren kann und dann möge guter Wind kommen oder schlimmer ich habe meine Seele und meine Ehre als Kapitän gerettet ich werde schwächer und die Nacht bricht herein wenn ich ihn wieder von Angesicht zu Angesicht sehe werde ich wohl keine Zeit mehr haben zu handeln wenn wir schiffbrüchig werden mag man diese Flasche finden und die welche sie finden werden verstehen wenn wenn nicht gut dann sollen alle Menschen wissen dass ich meiner Pflicht getreu geblieben bin Gott und die heilige Jungfrau und alle Heiligen helft einer armen irrenden Seele die versucht hat ihre Schuldigkeit zu tun ohne Zweifel entspricht die Darlegung den Tatsachen jedenfalls ist es unmöglich irgendein weiteres Beweismaterial beizubringen und ob der Mann die Mordtaten selbst begangen hat oder nicht darüber kann kein lebender Mund mehr etwas aussagen die Leute hier sind allgemein der Ansicht dass der Kapitän einfach ein Held war und dass ihm ein ehrenvolles Begräbnis zuteil werden müsse es ist bereits angeordnet dass eine Flotille von Booten ihn ein Stück weit den Esk hinauf begleiten soll dann wird der Leichnam zurück zum Tate Hill Pier und von da die Abteitreppen hinauf getragen auf dem Klippenfriedhof ist ein Grab für ihn bereitet mehr als 100 Bootseigner haben sich schon bereit erklärt ihm das letzte Geleit zu geben Keine Spur hat man noch von dem großen Hund Es ist schade denn wie jetzt die Sachen stehen möchte ihn die Bevölkerung am liebsten auf Kosten der Stadt erhalten lassen Morgen werde ich dem Begräbnis beiwohnen Damit wird wieder eines der Mysterien der See seinen Abschluss finden Mina Marys Tagebuch 8. August Lucy war die ganze Nacht sehr unruhig und auch ich vermochte nicht zu schlafen Der Sturm war schrecklich und wie er so laut durch den Kamin herunter pfiff durchran es mich eiskalt Wenn ein starker Stoß kam so klang es wie fernes Kanonenfeuer Seltsamerweise wachte Lucy nicht auf aber sie stand zweimal auf und kleidete sich an glücklicherweise erwachte ich beide mal rechtzeitig und konnte sie ohne dass sie erwachte wieder auskleiden und zu Bett bringen Es ist ein seltsames Ding dieses Schlaf wandeln denn sobald ihr Wille auf irgendeine physische Weise durchkreuzt wird verschwindet ihre Absicht und sie hält sich dann genau an die Gewohnheiten ihres Lebens Früh am Morgen standen wir beide auf und gingen hinunter zum Hafen um zu sehen ob sich in der Nacht irgendetwas ereignet habe Es waren nur sehr wenig Leute draußen und ob gleich die Sonne freundlich schien und die Luft klar und frisch war drängten sich doch große grimmig aussehende Wellen die schwarz erschienen weil sie mit schnee weißem Schaum gekrönt waren durch die Enge der Hafenmündung wie ein kämpfender Mann der sich durch eine Menschenmenge schlägt Eigentlich war ich froh dass Jonathan wenigstens diese Nacht nicht auf See sondern auf festem Land war Aber weiß ich es denn War er an Land oder auf See Wo ist er Wie geht es ihm Ich habe schreckliche Angst um ihn Wenn ich nur wüsste was ich tun soll und ob sich überhaupt etwas tun lässt 10. August Die Beerdigung des armen Schiffskapitäns war sehr ergreifend Alle Boote im Hafen schienen sich an der Feier beteiligt zu haben und der Sarg wurde von Kapitänen den ganzen Weg von Tate Hill Pier bis zum Friedhof hinauf getragen Lucy und ich kamen sehr früh zu unserem gewohnten Platz während der Zug der Boote den Fluss hinauf fuhr bis zum Viadukt und dann wieder umkehrte Wir hatten gute Aussicht und konnten die Beerdigung fast ihren ganzen Weg lang beobachten Man hatte dem Kapitän ein Ruheplätzchen ganz in der Nähe unserer Bank angewiesen so dass wir auf diese stiegen und alles genau sehen konnten als der Zug herankam Die gute Lucy schien mir sehr aufgeregt sie war unruhig und fühlte sich die ganze Zeit über unbehaglich ich muss wirklich annehmen dass ihre nächtlichen Träume schädigend auf sie einzuwirken beginnen in einer Hinsicht ist sie ganz merkwürdig sie will mir die Ursache ihrer Ruhelosigkeit nicht eingestehen es mag aber auch sein dass wenn eine solche besteht sie sich ihrer vielleicht gar nicht bewusst ist verschlimmernd auf ihre Gemütsfassung wirkte noch der Umstand ein dass man den alten Herrn Swales heute früh tot mit gebrochenem Genick auf unserer Bank gefunden hatte er war wie der Doktor behauptete in einem Anfall von Schrecken auf den Sitz zurückgefallen denn es lag ein Zug von Abscheu und Entsetzen in seinem Gesichte dass es einem wie die Leute erzählten hätte schaudern mögen guter armer alter Mann vielleicht hat er den Tod selbst mit seinen brechenden Augen erblickt Lucy ist so zart und empfindlich dass alle Eindrücke viel tiefer auf sie einwirken wie auf andere eben jetzt war sie ganz aufgeregt durch ein kleines Ereignis auf das ich gar nicht recht geachtet hatte obgleich ich Tiere sehr gern habe einer der Leute die oft sich den Boten zu sehen hatte einen Hund dieser ist immer bei ihm beide sind äußerst ruhigen Temperamentes ich habe den Mann ebenso wenig einmal ärgerlich gesehen als ich den Hund einmal bellen hörte während der heiligen Handlung wollte der Hund absolut nicht zu seinem Herrn kommen der auf der Bank neben uns stand sondern hielt sich in einer gewissen Entfernung heulend und bellend sein Herr sprach ihm erst gütlich zu dann ernst schließlich ärgerlich aber der Hund kam nicht heran und hörte auch nicht auf zu bellen er befand sich in einem Zustande von Wut seine Augen glühten wild auf und all sein Haar sträubte sich wie der Schweif einer Katze auf dem Kriegspfad zuletzt wurde der Besitzer auch ärgerlich er sprang herum nahm den Hund prügelte ihn fasste ihn am Fell und brachte ihn halb ziehend halb stoßend zu dem Grabstein auf dem der Sitz befestigt ist in dem Augenblick als das arme Geschöpf diesen berührte wurde er ruhig und begann heftig zu zittern es versuchte gar nicht zu entfliehen sondern duckte sich nieder bebend und sich krümmend und befand sich in einem so erbärmlichen Zustande von Angst dass ich wenn auch vergebens den Versuch machte es zu beruhigen Lucy war gleichfalls von Mitleid aber sie konnte sich nicht entschließen das Tier anzurühren sondern sah es nur mit Todesangst in den Augen an ich befürchte sie ist eine zu sensible Natur um ohne Störung das Leben zu ertragen sie wird heute Nacht von all dem träumen das weiß ich die ganze Reihe der Ereignisse das Schiff das von einem toten Mann gesteuert in den Hafen lief der Leichnam der mit Kruzifix und Rosenkranz in den Händen an das Steuerrad gefesselt war die rührende Bestattung der halb wütende halb erschreckte Hund all das wird ihr Material für ihre Träume liefern es wird denke ich das beste für sie sein wenn sie physisch ermüdet zu Bett geht ich werde deshalb einen langen Spaziergang nach den Klippen der Robin Hood Bay und zurück mit ihr unternehmen sie wird dann kaum besondere Lust zum Schlaf wandeln empfinden Achtes Kapitel Mina Marys Tagebuch Am gleichen Tage elf Uhr nachts Oh wie bin ich müde Wenn ich nicht eine Verpflichtung gegen mein Tagebuch fühlte würde ich es heute nicht mehr öffnen Wir machten einen reizenden Spaziergang Lucy war nach kurzer Zeit in bester Laune die wir glaube ich einigen munteren Kühen zu verdanken hatten die auf einem kleinen Feld in der Nähe des Leuchtturms auf uns zukamen um uns zu beschnuppern und uns in Angst und Schrecken zu versetzen Ich glaube wir vergaßen alles außer natürlich die persönliche Gefahr Wir tranken dann einen vorzüglichen Tee an der Robin Hood Bay in einer kleinen netten altmodischen Wirtschaft durch deren Bogenfenster man gerade hinuntersah auf die mit Seetang bedeckten Felsen des Strandes Wahrscheinlich hätten wir moderne Frauen mit unserem Appetit in Schrecken versetzt Die Männer sind in dieser Beziehung nachsichtiger Gott segne sie dafür Dann gingen wir heim indem wir einige besser gesagt viele Ruhepausen einlegten Im Herzen trugen wir noch immer Furcht vor wild gewordenen Stieren Lucy war wirklich müde und wir beschlossen sobald als möglich ins Bett zu kriechen Es kam jedoch der junge Herr Kurat und Frau Westen Ra lud ihn ein zum Supper bei uns zu bleiben Lucy und ich hatten einen harten Kampf mit dem Sandmann zu bestehen Ich glaube ich kämpfte erfolgreicher denn ich bin eine sehr harte Natur Ich denke die Bischöfe werden eines Tages zusammenkommen und darüber beraten müssen ob man nicht bessere Kuraten einladen sollte die nicht zupieren so sehr sie auch dazu gepresst werden mögen und die es merken wenn junge Mädchen müde sind Lucy schläft und atmet leise sie hat mehr Farbe in den Wangen und sieht so süß aus ach so süß wenn sich Herr Holmwood schon in sie verliebte der er sie nur im Wohnzimmer sah so möchte ich wissen was er jetzt täte wenn er sie so sähe einige der modernen Frauen werden eines Tages die Forderung aufstellen dass es Mann und Frau erlaubt sein müsse sich erst gegenseitig im Schlafe zu sehen ehe man sich bewerbe oder eine Bewerbung annehme aber die modernen Frauen werden wohl in Zukunft sich nicht mehr damit begnügen eine Bewerbung anzunehmen sondern sie werden selbst werben wollen das wird etwas schönes werden ich bin so glücklich heute Abend weil die liebe Lucy wieder besser aussieht ich glaube wirklich sie hat es jetzt überwunden und wir sind über die bösen Klippen ihres Schlaf wandelns hinweg ich wäre ganz glücklich wenn ich wüsste ob Jonathan Gott segne und behüte ihn 11. August 3 Uhr morgens wieder zum Tagebuch da ich nicht schlafen kann will ich schreiben ich bin so erregt um schlafen zu können wir hatten ein Abenteuer ein Erlebnis das mir tödlichen Schreck einjagte ich schlief ein sobald ich mein Tagebuch geschlossen hatte plötzlich wurde ich völlig wach und sprang aus dem bette mit einem schrecklichen gefühl der angst und einer leere um mich her das zimmer war so dunkel dass ich lucys bett nicht sehen konnte ich schlich mich hinüber und tastete nach ihr das bett war leer ich machte licht und bemerkte dass sie überhaupt nicht mehr im zimmer war die Türe war zu aber nicht wecken da sie in letzter Zeit wieder leidender ist so zog ich denn einige kleidungsstücke an und machte mich auf die suche ehe ich das zimmer verließ kam ich auf die idee dass vielleicht die kleider die sie trug mir einen anhalt für ihr verschwinden geben könnten schlafrock würde bedeuten dass sie sich im hause straßen kleider dass sie sich außerhalb befinde schlafrock und straßen kleid befanden sich auf ihren gewöhnlichen plätzen gott sei dank sagte ich mir weit kann sie nicht sein da sie nur im nachthemd ist ich rannte hinunter und sah im wohnzimmer nach nicht da dann suchte ich alle offenen räume des hauses ab in dem eine immer wachsende angst mir das herz zusammenschnürte endlich kam ich an das haustor und fand es offen es war nicht weit offen nur das schloss war nicht eingeschnappt die hausleute sind ängstlich darauf bedacht das haustor jede nacht sorgfältig zu schließen und so musste ich befürchten dass Lucy fortgegangen sei so wie sie war ich hatte keine zeit daran zu denken was geschehen könnte ein schweres erdrückendes angstgefühl nahm mir alle urteilsfähigkeit ich ergriff einen dicken warmen schorl und rannte davon die glocke schlug eben eins als ich in the crest cent ankam keine seele war auf der straße ich allte die nordterrasse entlang fand aber keine spur der weißen gestalt nach der ich suchte vom rande der westklippe gerade über dem pier sah ich quer über den hafen weg zur ostklippe hinüber in der Hoffnung oder Furcht was es war weiß ich nicht Lucy auf unserem Lieblingsplätzchen zu entdecken der helle vollmond wurde hin und her durch schwere treibende wolken verhüllt so dass über der ganzen szene abwechselnd licht und schatten lagen eine oder zwei sekunden konnte ich nicht sehen der gerade der schatten einer wolke die marienkirche und alles umliegende verdunkelte dann als die wolke vorüber zog kam die zerfallene abtei wieder in reifens über sie strich wurde die kirche mit dem friedhof nach und nach sichtbar was ich auch erwartet haben mochte meine erwartung wurde nicht enttäuscht denn dort auf unserem Lieblingssitz sah ich eine vom mondlicht hell beschienene halb zurückgelehnte schneeweiße gestalt allzu rasch näherte sich wieder eine wolke als dass ich viel hätte sehen können sofort umhüllte mich wieder tiefe finsternis sitz auf dem sich die weiße gestalt befand und beuge sich über sie was es war ob ein mensch oder ein tier konnte ich nicht erkennen ich wartete gar nicht mehr ab bis ich wieder etwas sehen konnte sondern flog die treppen hinab zum pier und am fischmarkt vorbei zur brücke den einzigen weg auf dem von hier aus die ost klippe zu erreichen war die stadt lag da wie tot keine seele mehr zu sehen es war mir lieb so denn niemand sollte etwas von lucys leiden erfahren die zeit und die entfernung schienen mir unermesslich lang meine knie zitterten und mein atem rang sich keuchend aus meiner brust als ich die endlosen stufen zur abtei hinauf sprang ich muss sehr rasch gelaufen sein dennoch kam es mir vor als höhe angelangt war konnte ich den sitz und die weiße gestalt darauf genau erkennen denn ich war jetzt nahe genug um selbst im dunkel der nacht alles zu unterscheiden es war offenkundig irgendetwas beugte sich lang und schwarz über die halb zurückgelehnte weiße gestalt in tiefster Seele erschreckt rief ich lucy lucy und das etwas hob den kopf ein bleiches gesicht mit rot glühenden und ich rannte zu friedhofstüre hier durchschob sich die kirche zwischen mich und die bank und versperrte mir auf einige augenblicke die aussicht als ich sie wieder sehen konnte war die wolke vorüber gezogen und blendender mondschein fiel auf sie wie sie so da saß halb zurückgelehnt das haupt über die lehne der bank zurückgefallen sie war ganz allein weit und breit keine spur von einem lebenden wesen als ich mich über sie beugte sah ich dass sie noch schlief ihre lippen waren geöffnet und sie atmete nicht sanft wie sie es sonst tat sondern in langen hastigen zügen als müsse sie darum kämpfen ihre lungen mit frischer luft zu füllen wie ich an sie herantrat bewegte sie im schlaf die hand und zog den kragen ihres nachthemdes fester um die kehle zu es überlief sie dabei ein leichtes schaudern als ob sie kälte empfinde ich schlug den warmen schall um sie und zog die ecken fest um ihren hals zusammen denn ich fürchtete sie könne sich eine tödliche krankheit zuziehen unbekleidet wie sie war ich zögerte aber noch sie zu wecken und befestigte um meine hände zu einer allen falsigen hilfeleistung freizubekommen den schall mit einer großen sicherheitsnadel ich muss aber in meiner angst ungeschickt gewesen sein und sie am hals gerissen oder gestochen haben denn als ihr atem allmählich wieder ruhiger zu werden begann legte sie öfter ihre hand an die kehle und stöhnte nachdem ich sie sorgfältig eingewickelt hatte zog ich ihr noch meine erst reagierte sie gar nicht aber allmählich wurde ihr schlaf doch weniger fest und sie seufzte und stöhnte von zeit zu zeit schließlich aber als es mir doch zu lange dauerte und da es mir darum zu tun war sie möglichst rasch nach hause zu bringen schüttelte ich sie heftig worauf sie die Augen öffnete und erwachte sie schienen gar nicht überrascht mich zu sehen wie sie überhaupt ohne zweifel sich nicht gleich klar darüber war wo sie sich eigentlich befand lucy ist immer hübsch auch beim erwachen und sogar jetzt wo ihr leib von der kälte geschüttelt wurde und sie darüber entsetzt sein musste mitten in der nacht unbekleidet auf einem friedhof zu erwachen verlor sie ihre grazie nicht sie zitterte ein wenig und klammerte sich an mich als ich eines kindes auf ohne ein wort zu sagen als wir weggingen stieß ich mit dem nackten fuße an einen stein und lucy hörte meinen leisen schmerzensruf sie blieb stehen und bestand darauf ich sollte meine schuhe anziehen aber ich tat es nicht dagegen bestrich ich als wir auf den fußweg außerhalb des friedhofes kamen wo noch von dem unwetter her eine regen pfütze dem heimweg begegnen könnte imstande wäre zu erkennen dass ich mit nackten füßen ging das glück war uns günstig und wir kamen nach hause ohne auch nur eine seele angetroffen zu haben nur ein einzelner mann der nicht mehr ganz nüchtern war kam durch die straße auf uns zu wir versteckten uns in einem torbogen bis er in einem der kleinen abschüssigen höfchen flog so laut in unserem versteck dass ich mehrmals glaubte umsinken zu müssen ich war in heißer angst um lucy nicht nur für ihre gesundheit dass sie von diesem abenteuer schaden haben könnte sondern auch für ihren ruf falls die sache ruchbar würde als wir daheim unsere füße gereinigt und zusammen ein dankgebet gesprochen hatten brachte ich sie in ihr bett bevor sie einschlief bat sie mich ja sie flehte mich an niemand über ihr nächtliches abenteuer ein wort zu sagen auch ihrer mutter nicht ich versprach es ihr nur zögernd als ich aber dann an das befinden ihrer mutter dachte und wie es sie angreifen würde so etwas zu erfahren und wie sehr die Sache wahrscheinlich nein sicher missdeutet würde wenn etwas an die Öffentlichkeit durchsickerte hielt ich es für klüger das versprechen zu geben ich hoffe ich habe recht daran getan ich habe die tür verschlossen und der schlüssel hängt an meinem halse so darf ich doch wenigstens hoffen meine nachtruhe ungestört genießen zu können lucy schläft tief der widerschein des morgens leuchtet hoch über der see am gleichen tage mittags alles geht gut lucy schlief bis ich sie weckte und schien die ganze nacht ihre lage gar nicht geändert zu haben das nächtliche abenteuer hat ihr scheinbar auch nicht geschadet eher ist vielleicht das gegenteil der fall denn sie sieht heute morgen blühender aus als seit wochen es tut mir nur leid dass ich durch meine ungeschicklichkeit sie mit der sicherheitsnadel verletzt habe es muss tatsächlich nicht unbedeutend gewesen sein denn die haut an ihrer kehle ist vollständig durchbohrt ich muss ein stückchen der zarten haut gefasst und durchstochen haben denn es sind zwei kleine rote punkte wie nadelstiche zu sehen und auf dem kragen ihres nachthemndes ist ein tröpfchen blut als ich mich bei ihr entschuldigte und mir vorwürfe machte lachte sie mich aus und verspottete mich und sagte sie spüre gar nichts davon glücklicherweise wird die wunde keine Narbe hinterlassen da sie zu unbedeutend ist am gleichen tage nachts wir haben einen glücklichen tag verbracht die luft war klar und die sonne schien freundlich eine kühle brise wehte von meere herüber wir nahmen das frühstück in mulgrave woods frau westenra fuhr auf der straße und ich ging mit lucy zu fuß den strand weg am eingangstor trafen wir zusammen ich war etwas traurig denn ich dachte wie wunderschön es nun wäre hätte ich jonathan bei mir aber so ich muss nur geduld haben am abend schlinderten wir auf der casinoterrasse und lauschten der schönen musik von spor und mackenzie und gingen dann früh schlafen lucy scheint ruhiger geworden zu sein als sie es bisher war und fand bald schlaf ich werde die türe schließen und den schlüssel in gewohnter weise zu mir nehmen obgleich ich für die nacht nichts besonderes erwarte 12. august ich fand mich in meinen erwartungen getäuscht denn zweimal in der nacht wurde ich durch lucy geweckt die fortgehen wollte sie schien selbst in ihrem schlafe unwillig zu sein da sie die türe verschlossen fand begab sie sich mit einer art protest wieder zu bette ich erwachte mit der morgendämmerung und hörte die vögel vor dem fenster zwitschern lucy wachte ebenfalls auf und sah zu meiner freude frischer aus als am tage vorher all ihre heiterkeit schien zurückgekehrt zu sein sie kam in mein bett schmiegte sich an mich und erzählte mir von arfer ich sagte ihr wie besorgt ich um jonathan denn wenn teilnahme auch an den tatsachen nichts ändern kann so kann sie doch das schicksal leichter erträglich machen 13 august wieder ein ruhiger tag ins bett ging ich aber doch mit dem schlüssel um den hals wieder erwachte ich in der nacht und fand lucy aufrecht im bette sitzen und noch im schlafe auf das fenster deuten ich stand ruhig auf schob den vorhang zurück und sah hinaus es war leuchtender mondschein und unsagbar schön lag land und meer in die milden lichte in großes geheimnisvolles schweigen versenkt im mondlicht flatterte eine große fledermaus die in weiten wirbelnden kreisen immer wieder und wieder kam ein oder zweimal kam sie ganz nahe und flog dann quer über den hafen weg der abtei zu als ich mich vom fenster weg wandte hatte umgelegt und schlief friedlich dann rührte sie sich die ganze nacht nicht mehr vierzehnter august auf der ostklippe den ganzen tag lesend und schreibend lucy scheint das plätzchen ebenso lieb gewonnen zu haben als ich und ist nur schwer hier weg zu bringen wenn sie zum lunch oder zum dinner oder zum tee nach hause soll heute nachmittag machte sie eine sonderbare Bemerkung die vom westpier heraufführten dort blieben wir stehen um die aussicht noch einmal zu genießen wie wir es immer tun die untergehende sonne stand schon tief am horizont und begann gerade hinter kettelnest zu versinken das rote licht fiel hinüber auf die ostklippe und die alte abtei und tauchte alles in warme tinten wir schwiegen lange plötzlich murmelte lucy wie im selbst gespräch wie seine roten augen gerade so diese seltsamen worte die ganz ohne jeden zusammenhang gesprochen wurden erschreckten mich beinah ich wendete den kopf nach ihr aber so dass es nicht aussah als wollte ich sie anstarren und bemerkte dass sie in einem zustande des halbschlafes sich befand ein eigenartiger zug lag auf ihrem anlitz über den ich mir nicht klar zu werden vermochte ich sagte nichts sondern folgte nur der richtung ihres blickes sie schien auf unsere bank hinüber zu schauen auf der eine einzelne dunkle gestalt saß ich war etwas erschreckt darüber denn einige augenblicke lang kam es mir vor als habe der fremde große augen wie leuchtende flammen als ich genauer hinsah zerfloss das fantasiegebilde das rote sonnenlicht schien hinter unserem lieblingsplatz auf die fenster der marienkirche und widerschein und lichtbrechung erweckten wohl den eindruck als bewege sich da drüben etwas ich machte lucy auf diese erscheinung aufmerksam und sie kam rasch zu sich aber sie sah sehr traurig aus vielleicht gedachte sie der unheimlichen nacht da sie da droben erlebt wir sprechen nie darüber so vermied ich es denn auch heute und wir gingen heim zum dinner lucy hatte schloss ich allein noch einen kleinen abendspaziergang zu unternehmen ich ging nach westen zu den klippen entlang und war voll liebender sehnsucht nach jonathan als ich heimkehrte es war heller mondenschein so hell dass selbst die teile unseres hauses in crest sind die im schatten lagen noch recht gut gesehen werden konnten warf ich einen blick auf unsere fenster und sah lucy mit herausgelehntem kopfe dort sitzen ich glaubte sie wartete auf meine rückkehr und zog deshalb mein taschentuch um ihr zu winken sie bemerkte nichts und rührte sich nicht in diesem augenblick stahl sich der mondschein um die ecke des gebäudes und das licht fiel voll auf das fenster da lag lucy mit dem kopf auf dem fenster brett und hielt die augen das wie ein großer vogel aussah ich fürchtete sie könne sich erkälten so rannte ich denn die treppen hinauf als ich in das zimmer trat ging sie eben in ihr bett zurück im tiefsten schlafe und schwer atmend sie hielt die hand an den hals gedrückt als wolle sie sich vor kälte schützen ich weckte sie nicht auf sondern wickelte sie nur gut ein ich habe vorsorge getroffen dass die türe geschlossen und das fenster sicher befestigt ist sie sieht so schön aus im schlafe aber sie ist bleicher als gewöhnlich und es liegt eine tiefe harte linie unter ihren augen die mir nicht gefällt ich fürchte sie hat irgendeinen kummer ich möchte gerne heraus bringen was die Ursache davon ist 15. August stand später auf als gewöhnlich Lucy war erschöpft und müde und schlief deshalb noch weiter beim Frühstück ward uns eine hübsche Überraschung zuteil Arthurs Vater fühlt sich gegenwärtig Ich habe mich gefürchtet zu schreiben. Wie ein düsterer Mantel zieht sich irgendein furchtbares Unglück um uns zusammen. Keine Nachrichten von Jonathan, und Lucy wird immer schwächer, während die Stunden ihrer Mutter gezählt sind. Ich begreife nur nicht, warum Lucy so dahin siegt. Sie ist gut, schläft gut und freut sich der guten Luft, aber dabei schwinden die Rosen von ihren Wangen, und sie wird jeden Tag schwächer und schlaffer. In der Nacht höre ich sie oft röcheln, als wolle sie ersticken. Ich hielt den Schlüssel jede Nacht fest an mich, aber sie steht auf, geht im Zimmer umher und setzt sich dann an das offene Fenster. Heute Nacht wachte ich auf und fand sie wieder dort hinausgelehnt. Sie zu wecken war mir unmöglich, denn sie lag in Ohnmacht. Als es mir gelungen war, sie wieder ins Leben zurückzurufen, war sie furchtbar schwach und weinte leise zwischen langen, schrecklichen Kämpfen um Atem. Auf meine Frage, wie sie denn dazu käme, am offenen Fenster zu sitzen, schüttelte sie ihr Köpfchen und wandte sich ab. Ich hoffe, ihr Unwohlsein kommt nicht von dem Stich mit der Stecknadel. Ich untersuchte ihre Kehle, als sie schlief, und bemerkte, dass die kleinen Wunden noch nicht geheilt waren. Sie sind noch offen und größer wie bisher. Die Ränder sind weißlich gefärbt. Sie sind wie kleine Kreise mit rotem Zentrum. Wenn sie nicht bis morgen oder übermorgen geheilt sind, werde ich darauf bestehen, dass ein Arzt sich der Sache annimmt. Brief Samuel F. Billington und Sohn Sachwalter Whitby an Herrn Carter, Patterson & Co., London 17. August Meine Herren, anliegend empfangen Sie ein Frachtbrief über einen Gütertransport der Great Northern Railway. Die Güter sind unmittelbar nach Ausladung am Güterbahnhof King's Cross in Carfax next Palfried abzuliefern. Das Haus ist gegenwärtig leer. Anliegend finden Sie die Schlüssel, alle mit Zetteln versehen. Sie werden höflichst ersucht, die im Frachtbrief bezeichneten Kisten, 50 Stück, in dem etwas baufälligen Teil des Hauses, der auf beigegebener Skizze mit A bezeichnet ist, abladen zu lassen. Ihr Bevollmächtigter wird den Platz leicht finden, da es die ehemalige Kapelle des Hauses ist. Die Güter gehen mit dem Zuge um 9.30 Uhr heute Abend ab und treffen morgen Nachmittag 4.30 Uhr in King's Cross ein. Da unser Klient die Ablieferung so bald wie möglich wünscht, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie zu genannter Zeit Fuhrwerke am Bahnhof von King's Cross bereitstellen und die Güter sofort an Ihren Bestimmungsort bringen lassen wollen. Um allen Verzögerungen vorzubeugen, die durch Anfragen betreffend Bezahlung entstehen könnten, fügen wir einen Scheck über 10 Pfund Sterling bei und bitten uns, den Empfang zu bestätigen. Sollte die Rechnung diese Höhe nicht erreichen, so bitten wir um Rücksendung des überschießenden Betrages. Sollte sie höher sein, so werden wir auf Ihre Benachrichtigung hin Ihnen sofort per Scheck den Fehlbetrag überweisen. Wenn Sie das Haus verlassen, so wollen Sie die Schlüssel auf dem großen Flur zurücklassen, wo Sie dem Besitzer mittels Nachschlüssel zugänglich sind. Wir bitten Sie, es uns nicht als Verletzung der geschäftlichen Höflichkeiten auszulegen, wenn wir die Bitte um äußerste Beschleunigung der Angelegenheiten wiederholen, mit vorzüglicher Hochachtung Samuel Billington und Sohn. Brief Herrn Carter, Patterson & Co. London an Herrn Billington & Co. Whitby 21. August Sehr geehrte Herren, wir bestätigen Ihnen dankend den Empfang von 10 Pfund Sterling und senden Ihren Mehrbetrag Ihrer Zahlung zurück. Die Güter sind vollkommen Ihrer Anweisung gemäß abgeliefert und die Schlüssel in Ihrem Paket in dem großen Flur zurückgelassen worden. Hochachtungsvoll Carter, Patterson & Co. Mina Marys Tagebuch 18. August Ich bin heute sehr glücklich und schreibe auf der Friedhofsbank sitzend. Lucy befindet sich um vieles besser. Letzte Nacht schlief sie sehr gut und störte mich nicht ein einziges Mal. Die Rosen scheinen auf ihre Wangen zurückzukehren, obgleich sie immer noch elend, blass und krank aussieht. Wenn sie blutarm wäre, so könnte ich die Sache ja begreifen, aber das ist sie nicht. Sie ist heiteren Sinnes und voll von Leben und Frohsinn. All die krankhafte Zurückhaltung ist von ihr gewichen und sie hat mir sogar selbst jene Nacht, als ob ich daran erinnert werden müsste, ins Gedächtnis zurückzurufen und dass es diese Bank hier gewesen sei, auf der ich sie schlafend angetroffen habe. Während sie so sprach, klopfte sie mit den Hacken ihrer Stiefelchen gedankenvoll auf den Grabstein und sagte, »Meine kleinen Füße haben damals keinen großen Lärm gemacht. Der Altheir Swales hätte sicher gesagt, ich hätte eben noch Kerne Georgie aufgeweckt.« Da sie einmal in einer solch mitteilsamen Stimmung war, fragte ich sie, ob sie denn in jener Nacht überhaupt geträumt hätte. Ehe sie antwortete, trat der süße, verlegene Zug auf ihr Gesichtchen, den Arthur, ich nenne ihn nach ihrer Gewohnheit so, wie er sagte, so gerne hat, und das ist in der Tat nicht zu verwundern. Dann fuhr sie halb im Traume fort, gleichsam, als besinne sie sich auf sich selbst. Ich träumte nicht ganz, alles schien Wirklichkeit zu sein. Ich hatte nur den Wunsch, hier auf diesem Platze zu sein. Warum, weiß ich nicht. Ich fürchtete mich vor etwas, weiß aber nicht vor was. Ich erinnere mich, obgleich ich wahrscheinlich im Schlafe war, dass ich durch die Straßen und über die Brücke gelaufen bin. Ein Fisch sprang gerade hoch, als ich vorbeikam, und ich lehnte mich über das Geländer, um nach ihm zu sehen. Dann aber hörte ich eine Menge Hunde heulen, die ganze Stadt schien voll heulender Hunde zu sein, als ich die Treppe betrat. Ich erinnere mich dunkel an etwas Langes, Schwarzes mit roten Augen, die ich neulich beim Sonnenuntergang wiederzuerkennen vermeinte, und wie etwas Süßes und zugleich unendlich Bitteres kam es über mich. Dann meinte ich, in tiefes, grünes Wasser zu versinken und hörte ein Singen in meinen Ohren, wie es die Ertrinkenden vernehmen sollen. Und dann hatte ich das Gefühl, als ginge etwas von mir weg. Meine Seele schien den Körper zu verlassen und davon zu fliegen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich plötzlich den Westleuchtturm unter mir sah und dass ich eine Todesangst empfand, als sei ich bei einem Erdbeben dabei. Dann kam ich zu mir und erkannte, dass du mich schütteltest. Ich sah es dich tun, ehe ich es fühlte. Dann begann sie zu lachen. Es war mir nicht recht behaglich und ich hörte ihrer Erzählung atemlos zu. Ich hielt es für besser, ihren Geist nicht bei diesem Thema festzuhalten. So gingen wir denn zu anderen Gesprächen über und Lucy war wieder ganz sie selbst. Als wir heimkamen, hatte die frische Brise günstig auf sie eingewirkt und ihre Wangen schienen in der Tat wieder rosiger. Ihre Mutter war glücklich, sie so zu sehen und wir verbrachten zusammen einen sehr frohen Abend. 19. August Freude, Freude, Freude und doch nicht nur Freude. Mein Jonathan ist krank gewesen, darum schrieb er nicht. Das kann ich nun sicher sagen, da ich jetzt den Sachverhalt kenne. Herr Hawkins hat mir den Brief gesandt und schrieb selbst einige ach so gütige Worte dazu. Ich werde morgen abreisen, zu Jonathan gehen und mich an seiner Pflege beteiligen, wenn es nötig ist und ihn dann nach Hause bringen. Herr Hawkins meint, es wäre das Beste, wir ließen uns gleich dort trauen. Ich musste über den Brief der Krankenschwester dermaßen weinen, dass er ganz nass ist. Ich fühle es an meiner Brust, wo ich ihn trage. Wie Jonathan in meinem Herzen ist, so soll sein Brief zunächst meinem Herzen sein. Meine Reise ist schon festgelegt und das Gepäck bereit. Ich nehme vorerst nur noch ein Kleid zum Wechseln mit. Lucy wird meinen Koffer mit nach London nehmen und ihn mir so lange aufbewahren, bis ich darum schreibe, denn es kann sein, ich darf nicht weiterschreiben. Ich darf es erst Jonathan sagen, meinem Gemahl. Der Brief, den ich gesehen und berührt, wird mich einstweilen trösten, bis ich bei ihm bin. Brief Schwester Agathe, Josef und Marienhospital Budapest an Fräulein Mina Mary 12. August Er bittet mich, er bittet mich, ihnen seine Grüße zu senden und ihnen mitzuteilen, dass er mit gleicher Post einen durch mich geschriebenen Brief an Herrn Hawkins Exeter gerichtet habe, worin er ihn unter dem Ausdruck seiner Ergebenheit um Entschuldigung für sein langes Ausbleiben bittet und ihm mitteilt, dass der Auftrag ausgeführt ist. Er ersucht noch um einige Wochen Urlaub, um sich in unserem Bergsanatorium völlig erholen zu können und verspricht dann zurückzukehren. Er hat mich auch gebeten, ihnen mitzuteilen, dass er nicht genügend Geld bei sich hatte und gerne seinen chiesigen Aufenthalt bezahlen möchte, um nicht andere, die der Hilfe dringend bedürfen, zu verkürzen. Ich bin mit Grüßen und warmen Segenwünschen, Ihre Schwester Agathe. P.S. Mein Patient schläft, deshalb öffne ich den Brief noch einmal, um einiges beizufügen. Er hat mir viel von ihnen erzählt und dass sie in Kürze die Seine werden sollen. Alles Gute über sie beide. Er hat ein furchtbares Nervenfieber, wie unser Doktor meint, und seine Fieberfantasien waren grässlich, von Wölfen und Gift und Blut, von Gespenstern und Dämonen. Ich fürchte mich zu sagen, von was noch allem. Seien Sie immer lieb mit ihm und hüten Sie ihn vor jeder Aufregung. Die Spuren einer solchen Krankheit, wie sie ihn erfasst, verwischen sich nicht so leicht. Wir hatten gerne schon er geschrieben, aber wir wussten ja nicht an wen, denn er hatte gar nicht bei sich, was uns auch nur den geringsten Anhaltspunkt geboten hätte. Er kam mit dem Zug von Klauenburg, und der Stationsmeister hat dem Pförtner erzählt, dass er in den Bahnhof gerannt sei und laut nach einem Billett nach Hause geschrien hat. Nach seinem gewalttätigen Auftreten hielt man ihn für einen Engländer und gab ihm ein Billett, sobald der Zug ging. Seien Sie überzeugt, dass er in guten Händen ist. Er hat alle Herzen durch seine Güte und Vornehmheit gewonnen. Es geht ihm tatsächlich besser, und ich habe keine Zweifel, dass er in einigen Wochen genesen sein wird. Aber der Sicherheit halber bitte ich Sie, vorsichtig zu sein. Ich bitte Gott, Sankt Josesch und die Heilige Maria, dass ihnen beide noch viele, viele glückliche Jahre beschieden seien möchten. Dr. Suats Tagebuch 19. August Eine seltsame, plötzliche Änderung an Renfield letzte Nacht. Gegen acht Uhr begann er zu toben und umherzuschnüffeln wie ein Hund auf der Spur. Der Wärter war von seinem Gebaren überrascht und munterte ihn auf zu sprechen, da er mein Interesse für den Fall kannte. Der Patient ist gewöhnlich höflich gegen den Wärter, manchmal sogar unterwürfig, aber diese Nacht, sagte mir der Mann, war er überaus anmaßend. Er ließ sich überhaupt nicht herbei, mit ihm zu sprechen. Alles, was er sagte, war, Ich wünsche nicht, mit Ihnen zu verklären. Wer sind Sie denn eigentlich? Der Meister ist nah. Der Wärter glaubte, es sei eine plötzliche religiöse Wahnidee, die ihn ergriffen habe. Wenn es so ist, dürfen wir uns auf etwas gefasst machen, denn ein starker Mensch mit Mordmanie und religiösem Wahnsinn zugleich ist sicher gefährlich. Diese Kombination ist wirklich unheimlich. Um neun Uhr besuchte ich ihn persönlich. Er benahm sich gegen mich wie gegen den Wärter. In seinem Größenwahn kam ihm der Unterschied zwischen mir und dem Bediensteten gar nicht zum Bewusstsein. Seine Idee macht den Eindruck religiösen Größenwahns, und bald wird er sich einbilden, Gott zu sein. Für ein allmächtiges Wesen, wie er es zu sein vermeint, ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch ein zu geringfügiger. Der wahre Gott hält seine schützende Hand auch über den Sperling. Der Gott aber, den menschliche Eitelkeit schuf, kennt keinen Unterschied zwischen Adler und Sperling. Oh, wenn die Menschen nur wüssten. Eine halbe Stunde oder länger steigerte sich die Erregung Renfields immer mehr und mehr. Ich wollte mir nicht den Anschein geben, als überwache ich ihn, aber ich passte doch scharf auf. Plötzlich kam der verschmitzte Zug in sein Gesicht, den man immer bemerkt, wenn ein Irrer auf eine Idee kommt. Kopf und Hals zeigten die charakteristische Haltung, die alle Irrenwärter so genau kennen. Er wurde ganz ruhig, ging weg, setzte sich dann in tiefer Ergebung auf den Bettrand und starrte mit glanzlosen Augen ins Leere. Ich hätte gerne gewusst, ob seine Apathie echt oder nur verstellt war. Ich versuchte deshalb, ihn in ein Gespräch über seine Ideen zu verwickeln, ein Thema, das nie verfehlt hatte, seine lebhafte Aufmerksamkeit zu erregen. Zuerst antwortete er gar nicht, dann sagte er schließlich mürrisch, zum Henker mit allen, was kümmere ich mich um das Zeug? Was, sagte ich, sie werden mir doch nicht weismachen wollen, dass sie sich nicht mehr um ihre Spinnen kümmern. Spinnen sind gegenwärtig sein Steckenpferd und das Notizbuch füllt sich mit Kolonnen kleiner Zahlen. Darauf antwortete er die rätselhaften Worte, wenn die Braut den Bräutigam erwartet, glänzen ihre Augen. Wenn aber der Bräutigam nahe ist, dann sieht sie nichts mehr, weil in ihren Augen die Tränen stehen. Eine Erklärung wollte er mir nicht geben und blieb eigensinnig die ganze Zeit, die ich noch bei ihm blieb, auf dem Bettrande sitzen. Ich bin müde heute Abend und tief verstimmt. Ich muss immer an Lucy denken und was wohl mit ihr sein mag. Wenn der Schlaf nicht bald kommt, dann gibt es Chloral, den modernen Morpheus, C2, HCL3, OH2O. Ich muss nur vorsichtig sein, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Nein, ich nehme heute keines. Ich habe an Lucy gedacht und will diesen Gedanken nicht entweihen. Wenn es sein muss, dann gibt es eben eine schlaflose Nacht. Froh fasste ich den Entschluss. Froher noch bin ich, dass ich ihn gehalten habe. Ich hatte unruhig dargelegen und die Glocke nur zweimal schlagen hören. Da kam der Nachtwächter und meldete mir im Auftrage des Aufsehers, dass Renfield entflohen sei. Ich fuhr in meine Kleider und eilte sofort hinunter. Mein Patient ist eine zu gefährliche Persönlichkeit um ihn allein umherstreifen zu lassen. Seine Größenwahnideen könnten anderen gegenüber gefährlich werden. Der Aufseher wartete auf mich. Er sagte, er hätte ihn vor nicht zehn Minuten, als er durch den Türschlitz hineinschaute, wie schlafend liegen sehen. Seine Aufmerksamkeit sei durch das Aufreißen eines Fensters erregt worden. Er rannte zurück in das Zimmer und sah gerade noch die Füße des Patienten im Fenster verschwinden. Dann schickte er sofort zu mir. Der Flüchtling war nur mit dem Nachthemd bekleidet und konnte nicht allzu weit weg sein. Der Aufseher meinte, es sei zweckmäßiger, hier vom Fenster aus Renfield zu beobachten und die Richtung seiner Flucht festzustellen, anstatt ihn durch Benutzung des Torausganges aus den Augen zu verlieren. Er ist ein plumper Mann und hätte nicht durch das Fenster hinausgekonnt. Ich bin mager und kam mit seiner Hilfe hinaus und zwar mit den Füßen voran und landete, da nur ein paar Fuß bis zur Erde waren, unversehrt. Der Aufseher rief mir noch nach, dass der Patient nach links sich entfernt habe und in gerader Linie weitergelaufen sei. Dann rannte ich, so schnell ich konnte, in der angegebenen Richtung davon. Als ich den Baumgarten passiert hatte, sah ich eine weiße Gestalt die Mauer überklettern, die mein Besitztum von dem verlassenen Grundstück da drüben trennt. Ich eilte sofort zurück und befahl dem Aufseher, gleich drei oder vier Mann mobil zu machen, um nach Carfax hinüberzukommen, für den Fall, dass unser Freund gewalttätig werden würde. Ich selbst ergriff eine Leiter, stieg auf die Mauer und sprang dann auf der anderen Seite hinunter. Ich sah Renfields Gestalt gerade um die Hausecke biegen und eilte ihm hinterher. Auf der anderen Seite des Hauses sah ich ihn dann, wie er sich an die alte, eisenbeschlagene Tür der Kapelle presste. Er sprach offenbar mit irgendjemandem, aber ich wagte es doch nicht so nahe, an ihn heranzugehen, dass ich den Wortlaut hätte verstehen können. Ich hätte ihn am Ende erschreckt und er wäre davongelaufen. Ein Volk schwärmender Bienen einzufangen, ist eine Kleinigkeit gegen die Verfolgung eines nackten Narren, den der Wunsch beseelt zu entkommen. Bald merkte ich jedoch, dass er von seiner Umgebung gar keine Notiz nahm und so riskierte ich denn, näher heranzugehen, umso mehr, als schon meine Leute die Mauer überstiegen hatten und nah bei der Hand waren. Ich hörte, wie er sagte, Ich bin zu eurem Befehl her, ich bin euer Sklave und ihr werdet mich belohnen, denn ich werde treu sein. Ich habe euch verehrt seit langem und aus der Ferne. Nun, ihr nahe seid, erwarte ich eure Befehle und ihr werdet mich nicht übergehen, nicht wahr, Herr, treuer Meister, wenn ihr gute Dinge verteilt? Er ist ein egoistischer, alter Bettler. Trotz seiner hohen Meinung von sich denkt er an sein Profit. Seine Wahnideen sind für wahr eine seltsame Kombination. Als wir ihn festnahmen, wehrte er sich wie ein Tiger. Er ist unbändig stark und gleicht eher einer wilden Bestie als einem Menschen. Ich habe noch nie bei einem Irren einen solchen Patroxismus der Wut gesehen und habe auch gar keine Lust danach, so etwas öfter zu sehen. Es ist gut, dass wir rechtzeitig seine Stärke und Gefährlichkeit erkannt haben. Mit seiner Kraft und Entschlossenheit hätte er genug Schlimmes anrichten können, bis er wieder eingefangen worden wäre. Aber von der Zwangsjacke, die wir ihm anlegten, hätte sich sogar Jack Shepard nicht befreien können. Er ist nun mit einer Kette in der Gummizelle festgelegt. Sein Gebrüll ist schreckenerregend, aber die darauf folgenden Pausen sind noch entsetzlicher. In jeder seiner Bewegungen spricht sich die Mordlust aus. Eben jetzt spricht er zum ersten Male zusammenhängende Worte aus. Ich will mich gedulden, Meister. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Das ließ ich mir gesagt sein. Ich war zu erregt zum Schlafen, aber mein Tagebuch hat mich beruhigt. Ich fühle, dass ich heute Nacht etwas Schlaf finden werde. Neuntes Kapitel Brief Mina Harker an Lucy Westenra Budapest, 24. August Liebste Lucy, Ich weiß, du wirst neugierig sein zu hören, was unterdessen sich ereignet hat, seit wir von Whitby abreisten. Also, meine Liebe, ich kam wohlbehalten nach Hall und bestieg da das Schiff nach Hamburg, von wo aus ich mit der Bahn weiterfuhr. Meine Gedanken waren während der ganzen Fahrt natürlich darauf gerichtet, dass ich Jonathan sehen sollte und dass es gut wäre, recht viel zu schlafen, da es doch in nächster Zeit viel Nachtwachen geben werde. Ich fand meinen Liebsten, ach Gott, so mager und bleich und schwach. All seine Entschlossenheit ist aus seinen lieben Augen entschwunden und die ruhige Würde, die auf seinem Gesichte lag, wie ich dir doch oft erzählte, ist dahin. Er ist nur mehr ein Wrack und er erinnert sich auf geraume Zeit zurück an gar nichts mehr. Schließlich will er in mir nur diesen Glauben erwecken und ich werde ihn auch nie darüber befragen. Er hat einen schrecklichen Nervenschock erlitten und ich fürchte, es könnte sein Gehirn wieder in Unordnung bringen, wenn er sich bemüht, die Erinnerungen aufzufrischen. Schwester Agathe, ein gutes Geschöpf, die geborene Pflegerin, sagte mir, dass er von schauerlichen Dingen gesprochen, als er noch im Delirium lag. Ich bat sie, mir einiges davon zu erzählen, aber sie bekreuzigte sich und beteuerte mir, sie würde nie darüber sprechen. Die Fantasien kranker seien heilige Geheimnisse und die Pflegerinnen, die infolge ihres Berufes solche zu hören bekommen, müssten sie als heilig respektieren. Sie ist eine weiche, gute Seele. Als sie am nächsten Tag bemerkte, dass ich mir doch Gedanken machte, kam sie wieder auf das Thema zurück und sagte mir, indem sie noch einmal besonders beteuerte, dass sie niemals von dem sprechen werde, was mein armer Schatz in seinen Fieberträumen sah. Zur Beruhigung kann ich Ihnen ja das eingestehen, dass es nichts war, wegen dessen er sich zu schämen hätte. Und Sie, die sein Weib werden wollen, brauchen sich gar nichts Schlimmes dabei zu denken. Er hat sie niemals vergessen und das, was er Ihnen schuldig ist. Er hat Furcht vor schrecklichen Dingen, die keine sterbliche Seele zu ertragen vermöchte. Die gute Seele meint scheinbar, ich fürchte, dass mein armer Geliebter in irgendein anderes Mädchen sich verliebt haben könnte. Eine solche Idee, ich eifersüchtig auf Jonathan. Und doch, Liebe, lass dir eingestehen, es ging mir ein Zucken der Freude durch die Seele, als ich wusste, dass keine andere Frau an seiner Krankheit die Schuld trug. Ich sitze gerade auf seinem Bette und kann ihm ins Gesicht sehen, während er schläft. Eben wacht er auf. Als er wach war, bat er mich um seinen Rock, da er etwas aus der Tasche nehmen wollte. Ich sagte es Schwester Agathe, und diese brachte ihm alle seine Sachen. Ich sah darunter auch ein Notizbuch und wollte ihn eben bitten, mich einen Blick hineinwerfen zu lassen. Ich wusste, dass ich dann einen Schlüssel für seine Krankheit gefunden hätte, aber er musste mir wohl seinen Wunsch an den Augen abgelesen haben, den er schickte mich an das Fenster, in dem er mich bat, ihn einen Augenblick allein zu lassen. Auf seinen Ruf kam ich dann wieder zurück. Er hielt seine Hand über dem Notizbuch und sagte feierlich zu mir, Wilhelmine. Ich wusste, dass er jetzt im tiefsten Ernste sprechen wollte, denn er hat mich mit diesem Namen nie mehr genannt, seit er um meine Hand bat. Du weißt, Liebste, meine Anschauungen über das Vertrauen zwischen Mann und Frau. Es soll kein Geheimnis, kein Versteckspiel geben. Ich habe ein furchtbares Nervenfieber gehabt, und wenn ich daran denke, was ich da alles sah, so beginnt mein Gehirn, sich im Kreise zu drehen, und ich weiß nicht mehr, war das, was ich sah, Wahrheit oder die Fantasie eines Irren. Du weißt, ich hatte eine Gehirnhautentzündung, und das ist geeignet, einen wahnsinnig zu machen. Hier ist das Geheimnis, ich wage nicht, es zu wissen. Ich gedenke, mein Leben wieder neu aufzunehmen, indem ich dich heirate. Weißt du, Liebste, wir hatten nämlich beschlossen, zu heiraten, sobald die Formalitäten erfüllt seien. Nun, Wilhelmina, frage ich dich, bist du gewillt, meine Unwissenheit in dieser Sache mir zu erhalten? Hier ist das Buch. Nimm es und bewahre es auf. Lies es auch, wenn du willst, aber lasse mich nie davon wissen. Nur wenn eine heilige Pflicht mich dazu zwingen würde, mir die bitteren Stunden ins Gedächtnis zurückzurufen, über die ich hier, schlafend oder wachend, gesund oder im Irrsinn geschrieben. Er sank erschöpft zurück und ich legte das Buch unter sein Kissen und küsste ihn. Ich habe Schwester Agathe zum Priester gesandt und ihn bitten lassen, dass die Vermählung heute Nachmittag stattfinden dürfe und erwarte seinen Bescheid. Sie ist wieder zurückgekommen und hat mir mitgeteilt, dass nach dem Kaplan der englischen Missionskirche geschickt wurde. Wir sollten in einer Stunde getraut werden oder aber, sobald Jonathan erwacht. Lucy, der Augenblick kam rasch heran. Es war mir sehr feierlich zumute, aber ich war glücklich, sehr glücklich. Jonathan erwachte nach einer Stunde und alles war bereit. Er setzte sich im Bette auf, hinter seinen Rücken hatten wir ihm Kissen gelegt, um ihn zu stützen. Er sagte sein, ich will, fest und entschieden. Ich konnte kaum sprechen. Mein Herz war so voll, dass sogar diese zwei einfachen Worte mich zu ersticken schienen. Die Klosterschwestern waren alle so gütig. Nie werde ich sie vergessen und den großen Dank, den ich ihnen schulde. Ich muss dir aber nun von meiner gegenwärtigen Ehe erzählen. Als der Kaplan und die Schwestern mich mit meinem Mann allein gelassen hatten, oh Lucy, es ist das erste Mal, dass ich schreibe, mein Mann, nahm ich das Buch unter seinem Kissen hervor und wickelte es in weißes Papier. Dann band ich es mit einem Entchen blauen Bandes, das mein Brauthemd schmückte, siegelte es über dem Knoten und benützte als Petschaft mein Trauring. Dann küsste ich es, zeigte es meinem Manne und sagte ihm, dass ich es so aufbewahren wolle, als äußeres, sichtbares Zeichen unseres gegenseitigen Vertrauens für das ganze Leben. Dass ich es nie öffnen wolle, außer es wäre um seiner Selbstwillen oder in Erfüllung irgendeiner ernsten Pflicht. Dann nahm er meine Hand in die Seine und, ach Lucy, es war das erste Mal, dass er die Hand seiner Frau ergriff und sagte, es wäre das Schönste auf der Welt und er würde dafür gerne noch einmal all das Vergangene durchmachen, wenn es sein müsste. Nun, Liebste, was konnte ich ihm darauf erwidern? Ich konnte ihm nur versichern, dass ich die glücklichste Frau auf der Welt sei und dass ich ihm weiter nichts zu geben hätte als mein Dasein, meinen Glauben und mich selbst und dass ihm mein Leben und meine Anhänglichkeit auf immer gehören sollte. Und, Liebste, als er mich dann an sich zog mit seinen schwachen Händen und mich küßte, da war es wie ein feierliches Gelübde zwischen uns. Liebe Lucy, weißt du, warum ich dir das alles erzähle? Nicht nur, weil es mir selbst Freude macht, sondern auch, weil du mir so unendlich lieb warst und bist. Ich hatte das große Glück, dir Freundin und Führerin zu sein, seit dem Tage, da du die Schule verließest, um dich für das Leben in der großen Welt vorzubereiten. Ich möchte dich gerne auch jetzt mit den Augen eines glücklichen Weibes ansehen. Ich wünsche dir, dass deine Ehe auch so schön werden möge als die meine. Liebes Kind, ich bitte den Allmächtigen, das Leben möge dir alles werden, was es versprach. Ein langer Sonnentag, ohne allzu raue Winde, ohne Pflichtvergessenheit, ohne Misstrauen. Ich wünsche dir nicht, dass das Leben dir gar kein Leid bringe, das ist undenkbar. Ich wünsche dir nur, dass du immer so glücklich seist, als ich es jetzt bin. Leb wohl, mein Liebling. Ich werde den Brief sofort aufgeben. Vielleicht schreibst du mir bald wieder. Ich muss nun aufhören, denn Jonathan wacht eben auf. Ich muss meinen Gemahl pflegen. Stets deine Mina Harker. Brief Lucy Westenra An Mina Harker Whitby, 30. August Liebste Mina, mehrere von Liebe über dich und Millionen von Küssen möchtest du bald mit deinem Gemahl in deinem eigenen Heimeinzug halten. Ich wollte, ihr kämet so frühzeitig, dass ihr hier bei uns noch Aufenthalt nehmen könntet. Die kräftige Seeluft würde Jonathan sehr wohl tun. Sie hat auch mich geheilt. Ich habe Hunger wie ein Komoran, bin voll Lebenslust und schlafe vorzüglich. Du wirst es sicher gern hören, wenn ich dir mitteile, dass ich das Nachtwandeln völlig aufgegeben habe. Ich glaube, es ist schon eine ganze Woche, dass ich bei Nacht aus dem Bette war. Das heißt, wenn ich mich überhaupt niederlege. Arthur sagt, ich werde fett. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich ja beinahe vergessen hätte, dir zu erzählen, dass Arthur hier ist. Wir machen Spaziergänge und Spazierritte und fahren und rudern und fischen und spielen Tennis zusammen. Dabei habe ich ihn lieber als je. Er sagte mir auch, dass er mich noch mehr liebe, aber ich glaube es ihm nicht. Denn früher hat er mir wiederholt beteuert, dass seine Liebe keiner Steigerung fähig sei. Doch das ist ja Kinderei. Eben kommt er und ruft nach mir. Also Schluss für heute. Mit herzlichem Gruß, deine Lucy. PS. Mutter sendet ihre besten Grüße. Es geht ihr scheinbar jetzt etwas besser, der armen Frau. PPS. Wir machen am 28. September Hochzeit. Dr. Seward's Tagebuch 20. August Der Fall Renfield wird immer interessanter. Er hat sich nun soweit beruhigt, dass wenigstens Pausen in seinen Tobsuchtsanfällen stattfinden. Die erste Woche nach seinem großen Anfall war er immer gewalttätig. Dann eines Nachts, als gerade der Mond aufging, wurde er ruhiger und murmelte immer vor sich hin. Nun kann ich warten. Nun kann ich warten. Der Wärter teilte mir dies mit und ich eilte sofort hinunter, um den Patienten zu sehen. Er war noch in der Zwangsjacke und in der Gummizelle, aber der verstörte Ausdruck war aus seinem Gesicht gewichen und seine Augen hatten wieder ihre bittende, ich möchte fast sagen, kriechende Sanftmut. Ich war mit seinem gegenwärtigen Zustande recht zufrieden und gab den Auftrag, ihn freizumachen. Die Wärter zögerten, führten dann aber schließlich meinen Befehl ohne Murren aus. Der Patient war merkwürdigerweise so gut gelaunt, dass er ihre Unzufriedenheit bemerkte. Er trat nah an mich heran und sagte, zuweilen verstohlen, auf die anderen hinblinzelnd, Dieter, ich könnte sie verletzen. Sowas Dummes, ich sie verletzen, dumme Teufel. Es war immerhin ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass er in seinem kranken Gehirn doch einen Unterschied zwischen mir und den anderen machte, aber trotzdem bin ich nicht imstande, seinem Gedankenganger zu folgen. Muss ich annehmen, dass wir etwas Gemeinsames haben, das ihn zwingt, zu mir zu halten, oder erwartet er etwas so Wunderbares von mir, dass ihm eine gute Stimmung von Wert erscheint? Ich muss das noch herausbringen. Heute Abend will er nicht sprechen. Sogar die Aussicht auf ein Kätzchen oder selbst eine ausgewachsene Katze vermag ihn nicht dazu zu bewegen. Er sagt einfach, Ach, ich habe keinen Sinn für Katzen. Ich habe jetzt an anderes zu denken. Ich kann warten. Ich kann warten. Einige Zeit später verließ ich ihn. Der Wärter berichtet mir, dass er ruhig war bis kurz vor Tagesanbruch und dass er anfangs nur mistgelaunt, später gewalttätig wurde und schließlich in eine Art Topsucht verfiel, die ihn bis zu Ohnmacht erschöpfte. Drei Nächte immer nur dieselbe Erscheinung, den Tag über gewalttätig, dann ruhig von Mondaufgang bis Sonnenaufgang. Ich möchte doch wissen, wie dies zugeht. Es macht den Eindruck, als unterlege er einem Einfluss, der bald kommt, bald geht. Glückliche Idee. Wir werden heute Nacht den gesunden Verstand gegen den Kranken ausspielen. Das letzte Mal ist er ohne unsere Mithilfe entwichen. Diesmal soll es mit ihr geschehen. Wir werden ihm Gelegenheit geben und die Leute bereithalten, ihm zu folgen, falls es nötig werden sollte. 23. August Immer geschieht das Unerwartete. Wie gut doch die Israeli das Leben kannte. Unser Vogel fand den Käfig offen, wollte aber nicht entfliegen. So wurden denn alle unsere Pläne zu Wasser. Auf alle Fälle aber haben wir eines herausgebracht, nämlich, dass die Perioden der Ruhe ziemlich lange dauern. Wir werden in Zukunft imstande sein, ihm seine Fesseln jeden Tag ein paar Stunden abzunehmen. Ich habe dem Nachtaufseher Befehl gegeben, ihn lediglich eine Stunde vor Sonnenaufgang in die Gummizelle zu sperren, solange er noch ruhig ist. Der Körper des armen Teufel wird die Erleichterung wohltätig empfinden, wenn auch vielleicht sein Geist sich keine Rechenschaft darüber zu geben vermag. Da, wieder das Unerwartete. Ich wurde gerufen. Der Patient ist neuerdings entflohen. Später. Wiederum ein nächtliches Intermezzo. Renfield wartete schlauerweise die Inspizierung des Nachtaufsehers ab. Dann huschte er hinter ihm hinaus und rannte den Gang hinunter. Ich gab den Wärtern Auftrag, ihm zu folgen. Wieder stieg er in den verlassenen Garten und wieder fanden wir ihn am alten Platze dicht an die Kapellentür gepresst. Als er mich erblickte, wurde er rasend und hätte mich unfehlbar getötet, wenn ich die Wärter rechtzeitig zur Hand gewesen wären. Nachdem es uns gelungen war, ihn festzuhalten, geschah etwas Unerklärliches. Erst verdoppelte er seine Anstrengungen und beruhigte sich dann sehr rasch. Ich sah unwillkürlich herum, konnte aber nichts wahrnehmen. Dann folgte ich der Richtung des Blickes meines Patienten, bemerkte aber nichts, als dass er einer im Mondlicht flatternden großen Fledermaus nachstarrte, die schweigend gespenstisch gegen Westen flog. Fledermäuse pflegen in der Regel zu flattern und zu schwirren, diese aber zog gerade ihres Weges, als wenn sie einem besonderen Ziele zustrebe und irgendeine bestimmte Absicht verfolge. Der Patient wurde immer stiller und sagte schließlich, Sie brauchen mich nicht zu fesseln. Ich gehe ruhig mit. Ohne Störung gelangten wir nach Hause zurück. Ich fühle, dass etwas Ominöses in seiner Ruhe liegt. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Lucy Westenraas Tagebuch Hillingham, 24. August Ich muss Mina nachahmen und versuchen, Aufzeichnungen zu machen. Dann haben wir Stoff genug zum Plaudern, wenn wir uns wiedersehen. Ich wollte, sie wäre bei mir, denn ich fühle mich so unglücklich. Letzte Nacht war es mir, als hätte ich denselben Traum, wie ich ihn in Whitby gehabt habe. Vielleicht ist der Luftwechsel oder die Freude der Heimkehr daran schuld. Alles ist dunkel und schreckhaft in mir. Ich kann mich an gar nichts erinnern, aber ich bin voll unbestimmter Angst und fühle mich so schwach und erschöpft. Als Arthur zum Lunch kam und mich erblickte, sah er sehr bekümmert aus und ich hatte gar nicht den Mut, vergnügt zu sein. Vielleicht kann ich heute Nacht bei der Mutter im Zimmer schlafen. Ich werde schon einen Vorwand finden. 25. August Wieder eine schlechte Nacht. Mutter war nicht geneigt, auf meinen Wunsch einzugehen. Sie fühlte sich selbst nicht recht wohl und fürchtete ohne Zweifel, mir Sorgen zu machen. Ich machte den Versuch, wach zu bleiben und eine Zeit lang war es mir auch möglich. Als es zwölf Uhr schlug, erwachte ich aus einem leichten Schlummer. Ich musste also doch eingeschlafen sein. Ich hörte ein Kratzen und Flattern am Fenster, aber ich machte mir nichts daraus. Und da ich mich an nichts weiteres erinnern kann, muss ich annehmen, dass ich neuerdings in Schlummer gefallen bin. Wieder hatte ich so hässliche Träume, wenn ich mich ihrer nur entsinnen könnte. Heute früh war ich sehr schwach, mein Gesicht ist geisterhaft bleich und meine Kehle schmerzt mich. Es muss an meinen Lungen etwas nicht in Ordnung sein, denn es fällt mir so schwer, genügend Luft zu schöpfen. Ich will versuchen, heiterer zu sein, wenn Arthur kommt, sonst wird er sehr unglücklich sein, mich so zu sehen. Das weiß ich. Brief Arthur Holmwood an Dr. Seward Albemarle Hotel 31. August Lieber Jack, ich bitte dich, erweise mir einen Gefallen. Lucy ist krank. Das heißt, sie hat kein besonderes Leiden, aber sie sieht entsetzlich schlecht aus und wird von Tag zu Tag elender. Ich habe sie gefragt, ob das irgendeinen Grund habe. Ich wagte es nicht, ihrer Mutter um Rat zu bitten, denn es wäre gefährlich, die arme Frau in ihrem jetzigen Zustande auch noch mit Lucys Krankheit zu ängstigen. Frau Westenra hat mir gestanden, dass ihr Todesurteil schon gesprochen sei. Herzleiden. Wovon die gute Lucy jedoch nichts weiß. Ich bin überzeugt, dass irgendetwas das Gemüt meines lieben Mädchens bedrückt. Ich bin ganz außer mir, wenn ich an sie denke und es tut mir weh, wenn ich sie nur ansehe. Ich sagte ihr, ich würde dich bitten, sie zu untersuchen. Sie machte erst Einwendungen, ich weiß schon, warum, mein alter Freund, gab aber dann doch ihre Zustimmung. Es ist eine schreckliche Aufgabe für dich, das weiß ich wohl, alter Junge, aber es geschieht um ihretwillen. Und ich zögere nicht, dich zu bitten, wie du nicht zögern darfst, zu handeln. Du kommst morgen um zwei Uhr zum Lunch nach Hillingham, damit Frau Westenra keinen Argwohn fasst. Nach dem Lunch wird dir Lucy Gelegenheit geben, sie allein zu sprechen. Ich komme dann zum Tee und wir können zusammen weggehen. Ich bin von Todesangst erfüllt und möchte dich so bald wie möglich, wenn du sie untersuchst, konsultieren. Lass mich nicht im Stich. Arthur. Telegramm Arthur Holmwood an Dr. Seward 1. September Bin zu meinem Vater gerufen worden, der wieder schlechter wurde. Ich schreibe. Gib mir ausführlich Bericht mit der Abendpost nach Ring. Wenn nötig, telegrafiere. Brief von Dr. Seward an Arthur Holmwood 2. September Lieber alter Freund, betreffs Fräulein Westenraas Befinden, beeile ich mich, dir mitzuteilen, dass nach meiner Ansicht keine funktionelle Störung oder irgendeine mir bekannte Krankheit nachzuweisen ist. Allerdings bin ich mit ihrem Aussehen keineswegs zufrieden. Sie hat sich außerordentlich verändert, seit ich sie zum letzten Mal sah. Jedenfalls bitte ich dich zu bedenken, dass ich nicht die volle Freiheit zu meiner Untersuchung gehabt habe, wie ich sie bedurft hätte. Unsere innige Freundschaft legt uns eben Schranken auf, die ärztliche Wissenschaft und ärztlicher Brauch nicht zu durchbrechen vermögen. Ich werde dir also besser den ganzen Hergang der Untersuchung schildern und überlasse es dir, deine eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich sage dir, was ich tat und was ich dir zu tun rate. Ich fand Fräulein Westenra in scheinbar recht aufgeräumter Stimmung. Ihre Mutter war auch anwesend und nach wenigen Minuten war es mir klar, dass sie alles tat, um ihren Zustand vor der alten Dame zu verbergen und zu verhindern, dass diese ängstlich werde. Ich zweifle nicht daran, sie fühlt es, wenn sie es auch nicht weiß, dass Vorsicht am Platze ist. Wir frühstückten allein und da wir uns alle erdenkliche Mühe gaben, fröhlich zu sein, gelang es uns, wie zur Belohnung für unser Bemühen, auch wirklich in heitere Stimmung zu kommen. Dann ging Frau Westenra weg, um sich etwas niederzulegen und wir blieben allein, Lucy und ich. Wir gingen in ihr Zimmer und bis wir eingetreten waren, hielt ihre Fröhlichkeit an, denn die Zufe ging ab und zu. Kaum hatten wir aber die Türe geschlossen, da fiel die Maske von ihrem Anlitz. Sie sank mit einem leichten Seufzer in ihren Stuhl und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Als ich sah, dass ihr froher Mut dahin war, wollte ich diesen Umstand benutzen, um mir sofort eine Diagnose zu stellen. Sie sagte sehr sanft zu mir, ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich es hasse, von mir zu sprechen. Ich sagte ihr, dass uns Ärzten doch Geheimnisse heilig seien und dass du dich in schrecklicher Angst um sie befändest. Daraufhin fügte sie sich meinen Wünschen und sagte, erzählen Sie, Ava, alles, was sie als wissenswert für ihn erachten. Es ist mir ja nicht um mich, sondern allein um ihn. So bin ich also völlig frei. Ich konnte ohne Mühe bemerken, dass sie etwas blutleer ist, aber ich konnte die gewöhnlichen Anzeichen der Anämie nicht entdecken. Ein Zufall gab mir sogar die Möglichkeit, die Qualität ihres Blutes zu prüfen, denn als sie das Fenster öffnete, zerbrach eine Scheibe und ein Glassplitter verletzte sie leicht an der Hand. Die Sache war an sich unbedeutend, aber es traf sich gerade gut. Ich nahm ein paar Blutstropfen mit und analysierte sie. Die Zusammensetzung des Blutes war eine vollkommen normale und bewies für sich allein betrachtet einen vorzüglichen Gesundheitszustand. Andere physiologische Beobachtungen geben mir die Gewissheit, dass in dieser Richtung ein Grund zu Befürchtungen nicht besteht. Da aber doch nichts auf Erden ohne Ursache geschieht, kam mir die Idee, dass diese Ursache vielleicht auf seelischem Gebiete zu suchen sein könnte. Sie beklagt sich über zeitweilige Atembeschwerden und über tiefe lethargische Schlafzustände mit quälenden Träumen, deren sie sich aber beim Erwachen nicht mehr erinnert. Sie erzählte mir auch, dass sie als Kind genacht wandelt und dass diese Gewohnheit in Whitby wiedergekehrt sei. Sie sei einmal in der Nacht bis zum Ostcliff gegangen, wo dann Fräulein Murray sie gefunden habe. Sie versichert mir aber, dass seit dem letzten Male eine längere Zeit vergangen sei. Ich habe meine Bedenken und so tat ich das Beste, was ich in dieser Lage zu tun vermag. Ich schrieb an meinen alten Freund und Lehrer von Helsing in Amsterdam, der mehr von unklaren Krankheitsbildern versteht wie sonst jemand im Lande. Ich habe ihn ersucht, hierher zu kommen und da du mir mitteiltest, du wolltest alles auf deine eigene Rechnung nehmen, habe ich ihm auch mitgeteilt, wer du bist und in welchem Verhältnis du zu Fräulein Westenra stehst. Dies, mein lieber Freund, geschah lediglich in Erfüllung deiner Wünsche und ich bin glücklich und stolz, dass es mir vergönnt ist, etwas für dich zu tun. Ich weiß, dass van Helsing aus persönlicher Neigung gerne alles für mich tun wird, so müssen wir denn, aus welchem Grunde er auch kommen mag, seinen Anordnungen Gehör geben. Er ist ein sehr eigenwilliger Herr, aber nur deshalb, weil er das, was er anordnet, besser versteht als alle anderen. Er ist Philosoph und Metaphysiker und einer der fortgeschrittensten Wissenschaftler der Jetztzeit. Dabei ist er von absolut offener Gesinnung. Das und seine Nerven von Stahl, ein eisiges Temperament, unbeugsame Entschlossenheit, Selbstbeherrschung und Toleranz, die bei ihm nicht Tugenden, sondern Gaben sind, und das gütigste, treuste Herz, das je schlug. Das bildet das Rüstzeug für das edle Werk, das er im Dienste der Menschheit verrichtet, ein Werk des Wortes und der Tat, denn seine Einsicht ist so tief, als seine Menschenliebe groß. Ich sage dir das alles, damit du begreifst, warum ich solches Vertrauen zu ihm hege. Ich habe ihn gebeten, sofort zu kommen. Ich werde Fräulein Lucy morgen wieder besuchen. Sie wird mit mir in einem Geschäft zusammentreffen, damit ihre Mutter nicht erschrickt, wenn ich meine Visite zu rasch wiederhole. Stets dein John Seward. Brief Abraham von Helsing, Doktor der Medizin, Doktor der Philosophie, Doktor der Literatur, etc. an Dr. Seward. 2. September Mein lieber Freund, Ich habe Ihren Brief erhalten und mache mich sofort auf den Weg zu Ihnen. Glücklicherweise kann ich jetzt gerade fort, ohne jemand zu benachteiligen, der sich mir anvertraut hat. Wäre es anders, so stünde es freilich übel um die, die sich mir anvertraut, denn zu einem Freunde komme ich, sobald er mich ruft, und helfe denen, die er liebt. Sagen Sie Ihrem Freund, der meiner Hilfe bedarf, dass er mein Kommen mehr dem zu verdanken hat, dass Sie für ihn bitten, als seinem Gelde. Es macht mir doppelte Freude, ihm, Ihrem Freunde, zu helfen, aber Sie sind es, zu dem ich komme. Belegen Sie mir also Zimmer im Great Eastern Hotel, so dass ich gleich bei der Hand bin, und richten Sie es so ein, dass ich die junge Dame nicht allzu spät am Morgen sprechen kann, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass ich abends wieder hierher zurückkehren muss. Wenn es aber notwendig werden sollte, bin ich in drei Tagen wieder dort und bleibe dann bei Bedarf länger. Bis dahin leben Sie wohl, mein Freund John von Helsing. Brief Dr. Seward an Herrn Arthur Holmwood 3. September Mein lieber Arthur, Van Helsing ist gekommen und schon wieder fort. Er ging mit mir nach Hillingham. Lucy hatte es so eingerichtet, dass ihre Mutter ihr Lunch auswärts nahm. Es war uns dadurch möglich, mit ihr allein zu sein. Van Helsing nahm eine sorgfältige Untersuchung der Patientin vor. Er berichtet mir und ich soll es dir mitteilen, denn natürlich war ich nicht bei der ganzen Untersuchung anwesend. Er ist, fürchte ich, sehr bekümmert und sagte, er müsse nachdenken. Als ich ihm von unserer Freundschaft erzählte und ihm sagte, wie sehr du in der Angelegenheit auf meine Hilfe bautest, sagte er, teilen Sie ihm alles mit, was Sie von der Sache denken. Wenn Sie es erraten können und es wollen, so sagen Sie ihm auch, was ich denke. Nein, nein, ich scherze nicht. Es geht um Leben und Tod. Vielleicht mehr. Ich fragte ihn, was er damit sagen wolle, da er so ernst war. Dies geschah, als wir zur Stadt zurückgekehrt waren und er noch vor seiner Rückreise nach Amsterdam eine Tasse Tee trank. Er wollte mir keine weitere Aufklärung zuteil werden lassen. Du darfst es ihm nicht verübeln. Seine Zurückhaltung verrät, dass sein ganzes Gehirn in Lucys Interesse arbeitet. Er wird, glaube mir, offen sprechen, wenn die Zeit gekommen ist. So sagte ich ihm denn, ich wolle dir lediglich einen Bericht machen, als wenn ich einen Artikel für den Daily Telegraph zu verfassen hätte. Er schien es nicht zu hören, sondern sagte, der Schmutz in London sei heute nicht mehr so schlimm wie damals, als er hier studierte. Ich werde seinen Bericht morgen erhalten, wenn er es möglich machen kann. Auf jeden Fall bekomme ich einen Brief. Nun also zum Besuch. Lucy war viel heiterer als am ersten Tage, da ich sie antraf und sah ohne Zweifel besser aus. Sie hatte etwas von dem gespenstigen Aussehen verloren, das dich so entsetzte und ihr Atem war normal. Sie war so lieb zu dem Professor, sie ist es ja immer, und suchte ihm die Sache möglichst zu erleichtern. Dennoch merkte ich, dass das liebe Mädchen einen harten Kampf mit sich selbst ausfocht. Ich glaube, Van Helsing bemerkt dies auch, denn ich sah seinen raschen Blick unter den buschigen Augenbrauen hervorschießen, den ich seit langem kenne. Dann begann er, von allem Erdenklichen zu plaudern, außer von uns selbst und von Krankheiten. Dies geschah mit solcher Gewandtheit, dass Lucys bisher vorgespielte Fröhlichkeit sich in eine echte verwandelte. Dann, ohne scheinbar der Angelegenheit Bedeutung beizulegen, kam er auf unsere Visite zu sprechen und sagte in liebenswürdigem Tone, »Liebes junges Fräulein, es macht mir eine hohe Freude, Sie kennenzulernen, da Sie so beliebt sind. Man erzählte mir, dass Sie in sehr niedergedrückter Stimmung und von geisterhafter Blässe seien.« Dazu sagte ich, »Pah!« Er schlug ein Schnippchen und fuhr fort, »Aber Sie und ich, wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie im Unrecht sind. Wie kann der«, er deutete auf mich mit demselben Blick und derselben Gebärde, mit der er einmal in seinem Kolleg auf mich gedeutet hatte und später noch einmal bei einer anderen Gelegenheit, an die er mich stets erinnerte, »etwas von jungen Mädchen wissen.« Er hat es immer mit seinen Irren zu tun und soll sie wieder dem Glück und den Irrigen zurückgeben. Da hat er viel zu schaffen und es ist ja ohne Zweifel eine große Genugtuung, solch Glück zu spenden. Aber junge Mädchen? Er hat weder Frau noch Tochter und die Jungen sprechen mit den Jungen ganz anders als zu den Alten, die so viel Elend und seine Ursachen kennengelernt haben. Deshalb, mein Kind, schicken wir ihn weg, damit er im Garten seine Zigarette rauchen kann. Unterdessen werden wir beide ein wenig zusammen plaudern. Ich begriff den Wink und zog mich zurück. Bald kam er an das Fenster und rief mich herein. Er sah sehr besorgt aus und sagte, »Ich habe eine genaue Untersuchung vorgenommen. Von einer Funktionsstörung konnte ich aber nichts bemerken. Ich stimme mit ihnen darin überein, dass sie viel, sehr viel Blut verloren haben muss. Es war da, ist aber nicht mehr da. Aber ihre ganze Konstitution ist in keiner Weise anämisch. Ich habe sie noch gebeten, mir ihr Mädchen zu schicken, an das ich eine oder zwei Fragen zu richten habe, damit nichts in der Reihe unserer Beobachtungen fehle. Ich kann mir ja denken, was sie aussagen wird, und doch ist irgendeine Ursache vorhanden. Alles hat seine Ursache. Ich muss heimfahren und nachdenken. Sie werden mir jeden Tag telegrafieren, und wenn es nötig ist, komme ich wieder. Die Krankheit, wenn man nicht ganz wohl ist, so ist es eben eine Krankheit, interessiert mich, und das süße, junge Ding interessiert mich auch. Sie hat mein ganzes Herz gewonnen, und ihr zuliebe, wenn nicht ihretwegen oder aus Interesse an dem Falle, will ich wiederkommen. Als wir dann wieder allein waren, sagte Lucy kein Wort weiter. Und so, Arthur, weißt du alles, was ich weiß. Ich werde getreue Wacht halten. Ich hoffe, dass dein lieber Vater sich wieder auf dem Wege der Besserung befindet. Es muss etwas Furchtbares für dich sein, mein lieber Junge, in einer solchen Lage sich zu befinden, zwischen zwei Menschen, die man lieb hat. Ich weiß, wie sehr du an deinem Vater hängst, und ich kann es nur gut heißen. Aber wenn es sein müsste, werde ich dich doch bitten, sogleich zu Lucy zu kommen. Ängstige dich also nicht allzu sehr, denn ich werde dich auf dem Laufenden halten. Dr. Suats Tagebuch 4. September Der Zoo Phagus lässt unser Interesse an ihm nicht erkalten. Er hatte nur einen Anfall, und zwar gestern zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit. Gerade, ehe es Mittag schlug, wurde er unruhig. Der Wärter kannte die Symptome und verlangte plötzlich Hilfe. Zum Glück waren die Leute rasch bei der Hand und kamen gerade recht, denn mit dem zwölften Glockenschlag wurde der Patient dermaßen ungebärdig, dass sie Mühe hatten, ihn zu halten. Nach etwa fünf Minuten jedoch wurde er ruhiger und immer ruhiger und versank schließlich in eine Art Melancholie, in welchem Zustande er sich jetzt noch befindet. Der Wärter erzählte mir, dass seine Wutschreihe wirklich entsetzenserregend seien. Ich habe alle Hände voll zu tun, denn einige andere Patienten hat die Angst vor ihm krank gemacht. Ich kann diese Wirkung gut begreifen, denn das Gebrüll störte selbst mich, der ich doch in ziemlicher Entfernung davon wohne. Gerade ist die Essenszeit im Asyl vorbei und noch sitzt mein Patient brütend in einer Ecke mit einem verstörten, düsteren, wehmütigen Ausdruck im Gesicht, der eher etwas anzudeuten, als zu zeigen schien. Ich kann ihn immer noch nicht verstehen. Später Wieder eine Veränderung an meinem Patienten. Um fünf Uhr sah ich nach ihm und fand ihn so glücklich und vergnügt, wie er sonst zu sein pflegte. Er fing fliegen und aß sie, indem er die Resultate seines Fanges durch Nägelmarken an dem Türpfosten zwischen der Polsterung aufzeichnete. Als er mich erblickte, entschuldigte er sich wegen seines schlechten Verhaltens und baten mich mit demütiger, schmeichelnder Gebärde ihn in sein Zimmer zurückbringen zu lassen und ihm sein Notizbuch wiederzugeben. Ich hielt es für nützlich, ihn in guter Laune zu versetzen. Er ist in seinem alten Zimmer, die Fenster sind geöffnet. Er hat seine für den Tee bestimmte Zuckerportion auf dem Fensterbrett ausgestreut und er beutet damit eine große Anzahl Fliegen. Er isst sie jetzt nicht mehr, sondern sammelt sie wie er dem in einer Schachtel und späht bereits in allen Winkeln herum, um eine Spinne ausfindig zu machen. Ich versuche einiges über die letzten paar Tage aus ihm herauszubringen, da irgendein Anhaltspunkt bezüglich seiner Ideen mir von großem Nutzen gewesen wäre. Er war aber nicht zum Sprechen zu bringen. Ein paar Augenblicke sah er sehr betrübt aus. Dann sagte er mit tonloser, leiser Stimme, als spräche er mehr zu sich selbst als zu mir, Alles vorbei, alles vorbei. Er hat mich im Stich gelassen. Keine Hoffnung mehr für mich, wenn ich es nicht für mich selbst tue. Dann wandte er sich plötzlich in entschlossenem Tone an mich, indem er sagte, Herr Doktor, Wollen Sie recht gut mit mir sein und mir etwas mehr Zucker verschaffen? Ich glaube, dies würde recht gut für mich sein. Und die Fliegen, sagte ich. Ja, die Fliegen lieben ihn und ich liebe die Fliegen. Deshalb möchte ich gerne welche haben. Und da gibt es Menschen, die so wenig verstehen, um zu behaupten, Irrsinnige könnten nicht logisch sprechen. Ich versprach ihm eine doppelte Ration und ich glaube, ich habe ihm zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht. Ich wollte, ich könnte seinen Geist ergründen. Mitternacht. Wieder eine Änderung an ihm. Ich war eben von einem Besuch bei Fräulein Westenra zurückgekehrt, die ich bedeutend wohler angetroffen hatte und betrachtete mir noch am Eingangsgitter stehend den Sonnenuntergang, als ich ihn auf einmal brüllen hörte. Da sein Zimmer auf dieser Seite des Hauses liegt, konnte ich es besser hören als am Morgen. Es tat mir leid, mich von der wunderbaren, dunstigen Schönheit eines Sonnenuntergangs über London losreißen zu müssen, von den gespenstischen Lichtern und tintenschwarzen Schatten und all den herrlichen Farben, wie sie nur über schlechter Luft oder über schlechtem Wasser sich zeigen. Ich musste zurück in den finsteren Ernst meines kalten steinernen Hauses mit seiner Atmosphäre von brütendem Elend und der Verzweiflung in der Brust, die mir alles noch viel trauriger erschienen ließ. Ich trat bei ihm ein, gerade als die Sonne unterging und durch sein Fenster sah ich den blutroten Ball versinken. Je tiefer die Sonne hinunterstieg, desto mehr ließ sein Anfall nach und als sie verschwand, entglüht er, eine träge Masse, den ihn haltenden Händen und fiel zu Boden. Es ist jedenfalls merkwürdig, wie rasch sich Irre von derartigen Anfällen erholen, denn nach einigen Minuten stand er ruhig auf und sah umher. Ich habe den Wärtern ein Zeichen, ihn nicht zu halten, denn ich war aufs Äußerste gespannt zu sehen, was er tun würde. Er ging aufs Fenster zu und wischte die Zuckerstückchen weg. Dann nahm er seine Fliegenschachtel, schüttete sie aus und warf sie Endlich schloss er sein Fenster und setzte sich mit überschlagenen Beinen auf das Bett. Alles das überraschte mich höchlich und ich fragte ihn, wollen Sie denn gar keine Fliegen mehr fangen? Nein, antwortete er, ich habe diesen Plunder satt. Auf jeden Fall ist er ein sehr interessantes Studienobjekt. Ich wollte, ich könnte nur einen kleinen Einblick in sein Geistesleben gewinnen oder wenigstens die Ursache seiner plötzlichen Anfälle ausfindig machen. Halt! Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Wenn wir herausbekommen könnten, warum heute sein Patroxismus am hellen Mittag und bei Sonnenuntergang ausbrach, wäre es möglich, dass die Sonnenphasen einen schlechten Einfluss auf gewisse Personen ausüben, wie es ja auch die Mondphasen zuweilen tun? Wir wollen sehen. Telegramm Dr. Suat London Anfang Helsing Amsterdam 4. September Patientin heute noch besser Telegramm Dr. Suat London Anfang Helsing Amsterdam 5. September Großartige Fortschritte der Patientin Appetit ist gut Schlaf regelmäßig Gute Laune Farbe kehrt zurück Telegramm Dr. Suat London Anfang Helsing Amsterdam 6. September Schrecklicher Umschwung zum Schlechteren Kommen Sie sofort Verlieren Sie keine Stunde An Holmwood telegrafiere ich erst wenn ich Sie gesprochen machen